nix mit einer minute leute es geht schon los und damit leute willkommen hier zum neuen mario maker 2 stream pro ist ein bisschen apfelscholle die bis eben im kühlschrank war einer minute leute es geht schon los und damit ich hasse es wenn der eigenen stream los geht ich will das was zum heulen weil ich meistens den eigenen streamer offen habe um im chat zu schreiben und so ne wisst bescheid und jedes fall geht der los zeit los geht ne ich kann das damals konnte man den chat immer muten vor also den stream muten geht nicht mehr und ja moin alle die am start sind so wir fangen mal an hier mit dischan tot john ten und die schon die ganze zeit hier so ein bisschen schreiben habe ich schon gesehen und zwar gamer tot oder luca alex freund moin liodo dein name ist immer noch schwierig moin roxem grüßt du bist immer noch der einzige ehrentoten auf jeden fall ehre an dich david m alex 2 logo like natsukund moin nice banana moin johnny moin marista moin adion moin ja ihr könnt wieder eure level einsenden und zwischendurch werde ich ein bisschen vernetzte spielen spielen also eine mischung aus beiden eure level und vernetzte spielen leute ist ja ganz klar mhm poker face grüß dich las grüß dich dischan ja jazin hallo ja leute ihr könnt wieder eure level einsenden das formular ist jetzt eröffnet so link ist jetzt auch im chat dort könnt ihr mir euer level jetzt sofort einsenden und wer die wer die schnellsten sind kommen halt direkt dran also gönnt euch es lohnt sich auch immer am anfang des streams sofort dabei sein weil dann kommt ihr am ehesten dran ist ja ganz klar ne sollte sinn ergeben dass die natürlich ein erstes dran kommen die als erstes da sind ne ist ja ganz klar so cool kann ich lang bleiben alles klar hast du denn noch schule es gibt ja immer noch bundesländer die schule haben ne das ist ja ganz schlimm bims paul grüß dich leute daumen hoch für diesen krassen zwischendurch wird das wieder bombe wir sind immer die 1 du klickst jetzt im chat dort ist gerade ein formular oder in der streame schreiben ganz oben fettgeschrieben level einsenden dort kannst mit einem level einsenden einfach auf das auf den link klicken deine id eingeben angeben wie schwer das level ist dein youtube namen eingeben weil ich rufe jeden immer auf und dann seid ihr auch schon am start ist ja ganz klar ja shadow moin bims paul 9 hübs haben die vorteil dass ihre level zuerst gespielt werden genau bis diese alle drei level also nicht wenn man sofort ein bit level einsenden du kommst nicht sofort dran halt nach drei level so es ist voll warm hier das ist ein bisschen belastend ich kann aber auch nicht das fenster auf man heute also auch nicht vorne vom stream weil da ist ein ekliger rauch geruch ich weiß ob dir irgendwas brennt ich denke er hat irgendeiner gegrillt jedenfalls so richtig ekliger rauch rauch jetzt nicht unbedingt aber so ein angebrannter geruch irgendwie ich sag mal so dann habe ich lieber ein bisschen wärme hier drin als irgendwie so ein zum brandgeruch muss man mal so mir talk hier reden ganz klar so ich muss ja selber jetzt formular erstmal öffnen beziehungsweise die einsendungen achte scheiße das legt einfach schon wenn ich runter scroll weil es ist immer noch selbe formular wie immer so achte scheiße schon wieder einige drin jacin ist sogar der erste jacin was ist denn bei dir los ist der erste heute jacin gerade noch auf discord gefragt ja moin gerade noch auf discord gefragt ob du ein neues level hast und sofort kommt dran was ist denn hier los der leute kommt auch gerne auf meinen discord server link zum discord ist jetzt im chat gönnt euch so ist ein mario boss 3 level auf mittlere schwierigkeit alles da ok ja entspannt ne ja so noch mal moin hier an jan youtube ähm lord tobi grüß dich und hey pews heute warst du das im was heute wirst du das im post erwähnte level wo nicht spielen können also im post post im post also im comedy tab meins jetzt ne mein bruder hat die switch weggenommen bevor ich mir die level die aufschreiben konnte dann frag doch den bruder mal ob du kurz reingehen kannst das sollte ja eigentlich kein problem sein so bausers airships und shells alles klar ein airship level sieht man jetzt gar nicht so oft in mario maker 2 ja mein level ist schon da ja man geht ganz schnell heute hier ne king alle moin bin ein neuer zuschauer jan youtube denn willkommen hier bei hashtag team toad grüß dich wenn du den kanal abonnierst dann wirst du auch eingeblendet wenn es funktioniert und wenn du deine abos auf öffentlich hast auf jeden fall willkommen hier bei bjus kannst du mich grüßen ja moin jan habe ich ja gerade gesagt ne hi hallo was hast du denn für ein profilbild das ist pikachu ja ne oder macht euch tropo viele bilder sind immer besten die towns sind die besten so ähm scrolling level wie ich die liebe ne ist ja ganz klar snell bob moin ich denke dass das level nicht so herausfordernd wird außer du stellst dich so blöd jacin ich doch nicht ich doch nicht also bitte hab nichts gesagt aber ich habe einen titel geschrieben ich schaffe eure level also ich schaffte ja heute ja ich glaube an mich bei dieser wärme wird das was auf jeden fall und ich bin in hamburg ist noch schon ganz gut weggekommen heute waren nur so offen offen im wetterbericht stand 28 oder eine app halt ne es waren aber gefühlt mehr also es waren locker 30 31 auf jeden fall war es scheiße auf jeden fall war ziemlich warm heute und morgen wird es noch schlimmer geiler scheiß ja moin okay dass die pflanze jetzt so schnell wieder rauskommt habe ich auch nicht gedacht ja sieht sich aus so man war nur mal nur man so noch mal ganz kurz hier lesen man hab zu viele level die ich einsenden kann der hat der scrollt das chat erstmal hoch danke dafür bitte nur ein level 1 dann bitte ja genau bitte nur ein level pro person pro stream dankeschön wie heißt ist es bei dir handy 27 bis 29 ungefähr ja ungefähr so pius kannst du mich bitte luka nennen ich will meinen namen nicht ändern weil sonst werde ich nicht mehr so gut erkannt alles klar wie heißt denn hier ja gut das kriege hin luca ja das krieg hin klug gamer os moin und lennox moin und autisten sohn moin und jassin uff ja sitze ich auch so immer wieder in belastung hier ich finde es auch anstrengend ich möchte immer ganz schnell unterwegs sein und naja da kommt mir so ein spawning level natürlich nicht so gelegen ist dann ganz klar das belastet mich ein bisschen seelisch ja sehen hast du extra eingebaut ich weiß das ich weiß das keiner baut scrolling level ein weil sie irgendeinen sinn ergibt dann einfach nur und die leute seelisch ans limit zu bringen verstehe schon ja das ist ein checkpoint hier in dem saftladen man weiß es nicht oh feuerbarriere ich muss mein mikro mal ein bisschen weiter vom tisch nehmen weiter weiter zu mir und ich sitze ein bisschen zu nah dran das ist ein bisschen belastend alles hier oh pilz joa war mir hier schon mal ich weiß es gerade gar nicht ich weiß so groß nix so noch ein bisschen lesen hier hab außerdem zwei level eingesendet sucht dir ja ich suche immer eins aus wenn ihr zwei anderen tut suche ich trotzdem eins natürlich aus aber sendet am besten ein level ein ja hab grad mein level eingesendet nice wie ich scrawley scrawley das sind die scrawley level wenn kennst wer kennt und ja ich liebe die auch so diesmal kam mir die pflanze hier gar nix bam bin nämlich profi mhm hashtag profi tot am start hier auf jeden fall mhm ja also bisher ist das level eigentlich ganz entspannt es dauert halt nur ein bisschen ich denke jetzt kommt hier ein boss ne oder als ob hey joe ich werde getroffen ne ich werde getroffen snack mit diesen pilz im block und der pilz haut einfach ab der muss einfach los warum eigentlich hier ist eh wieder ein pilz was soll das denn gerade wie ist es wenn du als toad ein pilz isst ja ich esse keine pilze so gerne deswegen ja nicht so ist belastend hab mein level eingesendet nice gamer lisa moin erstmal hier im stream und super mario fan auch moin an dich hier grüß dich wie findest du nintendo switch online werden wir heute noch mal sehen leute wir werden uns heute wieder angucken wie nintendo switch online so läuft dankeschön an einen neuen vip hier und zwar lehmu was er dich kenne ich ja schon vom namen das war doch schon mal ganz lustig mit dir ne ich weiß gar nicht wann das war aber deinen namen auf jeden fall schon mal ausgesprochen dich kenne ich ja 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 neuer wird bis da dankeschön herrscht der ernte und da gibt euch ja genau scherl macht vor ein paar herzen dankeschön ich möchte mal ganz kurz gucken welche vip stufe das denn jetzt ist es ist ja eigentlich ganz wichtig zu wissen das sehe ich ja leider nicht muss jedes mal dafür bis sich öffnet jetzt erstmal mein youtube was ist denn das hier youtube studio halt ne und dann halt auf monetarisierung und dann auf kanalmitgliedschaft und da kann man sehen so ein unterstützer toad dankeschön willkommen bei den heftig krassen toads oder so wir haben immer noch kein vip name das ist ganz schlimm team toad ist der community name was ist der vip name keine ahnung team toad deluxe ich glaube das ist ein guter name team toad deluxe sooo ok ja hier war schon mal ein checkpoint gute sache auf jeden fall wirst du dir eine switch new kaufen nee da sie nur ein bisschen mehr akku hat und nicht größtenteils am dock spiel beziehungsweise im dock am fernseher oder halt in der elgato software dinge da brauche ich nicht mehr akku also klar ab und zu fährt man mal wohin aber ich bin auch nicht so ein typ der unterwegs so viel spielt also es gibt ja auch oft werbe und werbe zählen wird das ding in die schule mit so ungefähr spiel im bus und so so ein typ bin ich halt absolut es ist auch mal ganz schön einfach im bus zu sitzen nicht irgendwo rumzudönen höchstens am handy null aber halt nicht irgendwelche spiele sind einfach twitter und sonst was ne wisst bescheid oder einfach aus dem fenster gucken musik hören oder sonst was machen ich muss nicht an jeder ecke irgendwie spielen ich bin da nicht so ein suchti der irgendwie jeden moment spielen muss deswegen brauche ich kein mehr brauche ich nicht mehr akku na klar wenn man mal so ich finde die switch eher ganz geil halt mal auf dem sofa halt im bett spielen oder halt wenn man im urlaub ist ich war letztes mal letztes jahr zum beispiel an der nordsee und da kannst du die switch mal ganz entspannt mitnehmen und hat abends ein bisschen spielen dafür ist sie ganz geil also das finde ich halt richtig nice an der aber ich bin nicht so ein typ der jeden moment jetzt hier im bus oder jeden moment die zeit hat irgendwie da jetzt im handheld spielen muss absolut scheiße ach du scheiße so einer bin ich halt absolut nicht also gut da bin ich jetzt gerade noch so durchgekommen hilfe hallo pius hallo dennis x2 moin moin so es ist jetzt mal bowser hier killen ja moin ja moin ich bin da gerade so durchgekommen das war sehr gefährlich na moin hallo und mal raus jetzt gott ja gut den kann man eigentlich ganz schnell killen die flammen nerven ich nur ein bisschen gerade wunderbar wunderbar so was was er hatte nicht den schlüssel gut wer kommt da jetzt noch einer lol wer hat das denn gemacht als ob da jetzt ein bowser junior kommt okay sie mir hast du das denn gebaut also ich kenne sowas ja nur mit p switch aktivieren da kommt noch was oben von und nachfall wir kommen von oben was runter aber so alles klar das ist mir ein bisschen neuland ist ja ein bisschen zu viel für meinen hören team tot plus genau ein plus ein plus ja man ich nehme die switch nie irgendwo hin weil ich angst habe dass die spiele verloren gehen ja ich habe halt viele auch digital deswegen aber natürlich habe ich auch ein paar ganz normal ja die map die ich was die ich baue ist so eklig zum bauen alles klar aber hey bitte spiel mein level level kannst du einsenden in der beschreibung vor vor mix in der beschreibung kannst dein level einsenden und dann wird es gespielt wenn es halt dran kommt von der reihenfolge her ne so bowser haben wir besiegt und auch bowser junior sein kind ist auch tot alles tot hier ja das ist ein ganz nettes level jassi ne kann man machen ja das schaff sogar ich und da ist das ziel leute als ob ich einfach 16 sekunden noch hatte null das habe ich aber so gar nicht gesehen ey ach gott werde ich jetzt am zeit am timeout gestorben uff uff 16 sekunden hatte ich noch leute ey wow warum bin ich einfach so gut leute ich weiß es nicht pius warum bist du so gut ja ich wüsste es auch so gern mal oh gott pius rottet familien aus ja kann passieren so leute da haben wir das erste level geschafft hier nach 14 minuten wir kommen doch gut voran hier würde ich sagen es ist das level von nice banana dran bist du da wenn ja melde dich einmal kurz im chat dann bist du jetzt dran mhm elite toads für ähm für vip's jetzt oder was meinst du dir schon fiji ja leute ich schaffe halt die level ne ja prost apfelschorle und so mhm vor allem was toll an dieser apfelschorle ist gerade ich habe die heute morgen in kühlschrank gestellt und die ist richtig geil also richtig kühl und so ne richtig nice hier so nach einem heißen tag und so obwohl es in hamburg noch relativ kühl war ne ja mario gamer dankeschön für das abonnieren hier willkommen willkommen bei den toads yeah 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 sooo du bist cool dankeschön gamer lisa bist du neu wenn ja hi willkommen hier bei team toad hey spiel doch mal ein level level kannst du in der beschreibung einsenden jonas maximus der link ist im chat hat gamer toad gerade eingepostet so ist das gerade das abo ja mario gamer dankeschön fürs abonnieren willkommen sooo leute das ist doch alles ganz entspannt hier heute ne lol 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 youtube hat mir gerade einfach mal auf einen schlag hier so ich habe jetzt ich finde es immer ganz interessant hier im stream den abo counter offen zu haben wir hatten gerade 10.421 die ziehen mir einfach mal so so 15 abos in einer sekunde ab man kennt was das denn schon wieder ey was ist denn das ey ja moin naja vielleicht holen wir die wieder rein ne in diesem stream ja moin oder falls ihr noch nicht abonniert habt abonniert nicht was ist das denn ey seht echt seht echt lustig aus auf jeden fall ja gut ähm war jetzt nice banana da ja ok wunderbar sooo sooo was haben wir denn hier für ein level ähm mario boss you mit lache Schwierigkeit alles klar ja also youtube mit den abo dingern ne ist immer ganz amüsant auf jeden fall so auf einen schlag verlässt immer so ein ding paar dinger eben ab august kann man ja nicht mal mehr sehen also ab august könnt ihr nicht mal mehr sehen ähm was für eine abo zahl ich überhaupt habe also ihr seht dann nur noch 10.000 irgendwas aber nicht mehr die genaue weiß auch nicht was das jetzt hier wieder soll von youtube aber ja könnt ihr müsst euch nicht wundern leute ab august könnt ihr von keinem einzigen youtuber mehr sehen was für eine abo zahl er genau hat ihr seht einfach nur so eine gerundete zahl keine ahnung 10.400 oder so also 10.4 und dann war es das halt einfach ne mehr werdet ihr dann nicht mehr sehen pius der toot der heilige albert alles klar bester titel mit beschreibung auf jeden fall ne daumen hoch schon mal dafür ja man der kunde toot grüß dich bei mir steht noch 10.000 ja noch das waren heute mehr das waren mehr die haben die auf einen schlag abgezogen das meine ich ja sammel alle 50er münzen ok lol ja gut damit kann man nicht rechnen dieses kann ich nicht riechen ich dachte ich muss vielleicht einen weitsprung machen oder so ehre genommen schnitzel genommen abos genommen ja man wann kommt der kurb modus ich möchte eigentlich gegeneinander spielen und das machen wir wenn ich darauf lust habe mal gucken wann das soweit sein wird obwohl kann man darauf lust haben irgendwie ja lol ja ja mach die ruhig an ist ok zeitdruck ja ich merke das schon muss ich hier durchrennen ich renne einfach mal durch ok ne man muss da ein bisschen mehr Zeit anwenden bzw. Skill anwenden das ist aber eine coole Idee muss ich sagen also habe ich also klar so Schalter die sich automatisch betätigen ist jetzt nichts Neues ist jetzt nicht unbedingt was Neues hat man schon öfters gesehen aber ähm dass man immer auf der richtigen sein muss und sonst stirbt das ist eine schon eine innovative Idee finde ich also habe ich jetzt in dem Aus habe ich jetzt in dem Ausmaß auf jeden Fall nicht gesehen vorher also ja letzte Sache ob ich es schaffe ist die andere ne kennt ihr alle meinen Skill oh oh das lief jetzt aber gut Leute Daumen hoch naja hä aber was ich ein bisschen zu kritisieren habe das ist nicht wirklich berechenbar also das ist ein bisschen random habe ich den Eindruck manchmal geht es ganz schnell und manchmal dauert es ein bisschen wow ok das wäre jetzt schon fast Speedrun hier es dauert so eh ja das ist hier ein bisschen doof finde ich ja die Stelle ist irgendwie finde ich ein bisschen doof irgendwie kannst du da nicht so wirklich abschätzen wann denn da jetzt ähm der Steinblock den Charakter aktiviert ja boin oh nein Achtung sind grad Caker da ja welche Bots wieder oder was Gamer Faker meinste ach Gott Schien ja gut Gamer und Yasin ihr macht das schon hoffentlich Bäumchen Nummer 3 grüß dich ach Gott immer diese Faker Accounts ne by the way hi hallo Neo ja wahrscheinlich gibt es auch wieder den Louis Faker ne wir kennen es ja immer diese was haben die Leute für Hobbys immer irgendwelche Leute zu faken ich verstehe es nicht Leute faked keine Accounts ach ach die Stelle ist echt dreckig ich schaffe eure Level ja ich probier's ein paar habe ich hier werde ich bestimmt schaffen aber das Level ist echt nicht leicht gerade hier die Stelle finde ich eklig okay endlich boah das hat gedauert okay hier haben wir 50er Coin 1 und hier müssen wir anscheinend jetzt selber betätigen interessant da ist die letzte ähm die Zielbedingung war jetzt ein bisschen unnötig und wo soll ich jetzt hin äh also anfang die Passage ist ein bisschen komisch jetzt ach das das war's schon ah ja moin ah ja moin ich kann die Faker auch für dich bannen ja ihr macht das zur Zeit ihr schafft das schon sind ja meine Faker erster ja man Pius der Tod ja war nett ne hat mir gefallen kann man machen obwohl die letzte Passage jetzt ein bisschen komisch war mit den 10er Coins die hättest du dir auch irgendwie sparen können wo sind die Araber die sind meine lieblings nervigen Leute alles klar ah ja ähm Bäumchen hab ich den hab ich gleich schon begrüßt hi Eier Nintendo ich liebe euch aber für eins müssen wir und das wären die guten alten Fehler bei der Datenübertragung ja ja Fehler bei der Datenübertragung ist immer wieder geil ja man ich bin der echte Pius ganz ganz sicher der echte Pius was ist denn das für ein Kanal Name ey was ist das ey bist du jetzt wirklich ein realer Account also natürlich bist du nicht Pius aber ok Holzer Russ hi Haluna grüß dich ok ok ja gut dann machen wir weiter mit nichts Level ne würde ich sagen so Dishon Toad bist du da wenn ja ist jetzt dein Level ja du bist da Ehre so Mario Boss du du kommst ja eh in jedem Stream dran also weil dir läuft auf jeden Fall er hat halt original glaube ich noch keinen Stream zumindest in den letzten Wochen wo du halt noch nicht ran kannst also Leute seid von Anfang an dabei dann kommt ihr auf jeden Fall dran wie jetzt Dishon jetzt wieder er kommt einfach immer dran gut so Pius ich spiele die Level mit die du eingesendet bekommen hast ja nice ja spiel ruhig die Level ihr könnt auch gerne die Level die ich hier spiele halt auch selber spielen und wenn es euch gefallen selber liken Wollt ihr aufgerufen war kurz offen ne David du warst noch nicht aufgerufen auf jeden Fall Moin Moin stell dir mal vor jemand glaubt der ganz ganz echte Pius ist der echte ja dann kann ich dir auch nicht mehr helfen so ein typisch MM2 Level Last Folge ok es gibt ein Bonus Room du du bist ein bisschen Denglisch unterwegs ne merke ich also Last Folge statt letzte Folge und Bonus Room statt Raum ich ich du bist ein bisschen Denglisch unterwegs ich meinte das schon ja 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 random king koopi grüß dich willkommen hier im stream bist du neu von deinem Namen her kenn ich deinen Namen kenn ich auf jeden Fall nicht so wirklich hi auf jeden Fall wollte ich aufgerufen war essen deswegen ne ne kommen noch nicht so viele dran heute da haben wir gerade angefangen ja was ist das das dritte Level oder so dritte Level Wie kann das sein ich glaub Jattachdo Das dritte Level jaja Yassie war erster ähm dann war eben das Das Tot Level da dein Peace mit den On-Off blocken ne und jetzt ist hier das traditionelle Dealstein Level wie in jedem Scream ah ok wofür brauche ich jetzt einen Stern okay okay wann kommt fragt und zweite folge die erste kam ja erst gestern gestern heute ist dienstag ich bin die fälle bin ich so mit den daten durcheinander kann mir erst gestern also dauert auf jeden fall ein paar wochen ich will jetzt auch nicht sparen jede fragt folge soll ja was besonderes sein und ich denke wenn er so höchstens zwei im monat kommen dann reicht das eigentlich für nichts das ist kein projekt wie was ich jetzt hier der diese ungefähr bringen wird vor allem hat das ich an der ersten faktor folgen keine ahnung habe ich angefangen donnerstag abend und naja sonntag war ich in der produktion klar die erste folge ist aufwendiger weil ich ein neues intro brauchte und ach so ein neues intro brauchte und halt einfach das konzept von der neuen staffel halt ausdecken musste so ein bisschen nächste folge wird dann natürlich ein bisschen leichter sein aber trotzdem ist das eine aufwendige sache auf jeden fall so einfach aufwendiger auf aufwendiger als irgendein let's play video oder so deswegen kann das natürlich jetzt irgendwie nicht hier jeden das natürlich jeden tag hier komplett abkassieren ja man kann das natürlich nicht jeden tag oder so kommen weil die nächste folge kommt das können wir selber noch nicht sagen ich habe ein schlechtes timing warte mal ganz schlechtes timing oh gott ganz ganz schlechtes timing hilfe letzten auch grüßchen hugo moin moin wie lange geht der stream kappa gerade ist angefangen letzte schul woche nice keine dislikes ja leute habt ihr noch nicht wenn ihr noch nicht ich muss mal unbedingt wieder sprachen lernen ich merke das schon wenn euch der stream gefällt könnt ihr gerne einen daumen hoch da das so ok das timing gefällt was ist denn da los mir gefällt das timing nicht ich komme da nicht durch ich könnte heulen ne ich heule gleich ich heule gleich hä achso ja lol das hat mhm mhm kekos grüß dich lol cheater hd doch nicht ich dachte ich kann einfach so durch ohne dass der panzer rauskommt man aber hier kann ich auf jeden fall schieten wenn man es so nennen darf ich könnte kotzen ne ich komme da nicht durch ich komme da nicht durch scheiß rhythmus ja der regt mich gerade ein bisschen auf hier hä ich komme da halt nicht mal hoch jetzt bin ich da wenigstens durchgekommen jetzt komme ich doch trotzdem nicht hoch ja hallo lol wie muss ich denn da schütteln äh wirbeln was für wirbeln schaukeln so ist das wort schaukeln hier ist schon wieder dreck ich komme da schon wieder nicht durch ach doch ich springe einfach muss springen wenn die blöcke noch da sind ja was ist das jetzt hä ey sag mal wie werde ich denn jetzt schon wieder betrogen was ist das denn ich komme wieder abkasten boah dann mach doch bitte zwei käfer hin bitte das war jetzt aber mega dreckig kann ich ja nichts für oh Gott das war hätte da ein block nicht gereicht mhm oh die stelle ist kacke ne wollen wir mal ganz ehrlich sein die kacke das ist blöd das regt mich ein bisschen auf alter ey jetzt gleich zerreiß ich hier mein tisch ey oh man es ist einfach ja mach mich fertig ja nicht weinen jetzt würde ich springen jo heute war ein bundesjugendspieler und es war 36 grad ich habe zum glück sowas nicht mehr nie mehr in der zehnten habe ich nicht mal mitgemacht bei den bundesjugendspielen da habe ich da war ich krank ne hallo ich habe auf sowas gar keinen bock ne irgendwie so weit ja ich glaube ich sollte den weitsprung üben mit toad mit weitsprung und so was war da noch alles hier kugelwerfen und sowas ich kann halt gar nichts ne ich kann wieder weit springen nur welche kugeln werfen ich kann gar nichts das ist doch nichts für mich hier ey und je besser man war desto bessere sportlohn hat man bekommen und naja nix für mich ne ich kann schon wieder heulen aber hier ist es egal weil hier kann ich einen theoretischen wandsprung machen das passt so endlich weiter äh was ist das jetzt hier äh ok ganz schön großer raum für nichts king copy moin und toada moin auch an dich und king copy muss auch gleich wieder weg alles klar krank glaub ich nicht ja ich auch nicht hat mein lehrer auch nicht geglaubt glaub ich aber das war dem auch egal did war dem auch egal der meinte dann wir sollen nicht mal zugucken wir sollen einfach nach hause gehen bin dann zu einem kumpel gegangen weil ich zu dem zeitpunkt noch eine webseite hatte und naja ich hab meine webseite geschrottet gehabt deswegen brauchte ich ähm seelischen und technischen support ich hab die zeit wenigstens gut genutzt wo andere sport gemacht haben die alte toad magazin seite wer kennt sie noch ach der scheiß muss rennen oh bruder bruder ho 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 heute platz für noch was ey was das hier schon wieder x2 ja wo ist mein tt nix blux tu hier jachel moin grüß dich und game toad habe ich schon gegrüßt moin auf jeden fall bin doch da nice eine webseite schrotten ja hab da irgendwelche plugins installiert also so extra sachen halt ne hab die damals über wordpress gehabt kennen wahrscheinlich einige so ein webseiten ja ich würde jetzt nicht sagen Baukasten weil du musst da schon ein bisschen mehr skill haben als beispielsweise bei jimbo jimdo ne ihr kennt ja bestimmt diese ganze Baukastenwebseite ne da war ja damals auf youtube ganz publik ne diese werbung so in zwei minuten kostenlose webseite erstellen so ungefähr meine hat natürlich was gekostet weil ich bin der premium ne ja wie geht's dir und mir geht's wunderbar und dir ist ein bisschen heiß ist mir ne könnte ein bisschen kälter sein aber sonst optimal in den fällen geht dann eigentlich immer grundsätzlich nicht schlecht tatsächlich habe ich freue ich mich auch ein bisschen auf schule weil wieder alles neu sein wird ich mag eigentlich gerne veränderungen und deswegen freue ich mich auf meine neue klasse nach einer woche habe ich bestimmt keinen bock mehr das war das thema obwohl ich glaube es wird nicht so sein weil ich sag mal so wenn man jetzt in abitur in themenklasse ist und ich habe natürlich eine themenklasse gewählt die mir gefällt von den themen her dann kann es eigentlich nicht so scheiße sein dann muss man mal ganz ehrlich sein themenklasse design und marketing ist eine tolle sache finde ich vielleicht lerne ich dann endlich mal ein banner zu erstellen nochmal ein banner habe ich mich selber gemacht so dankeschön endlich so endlich weiter hier endlich weiter hier wie geht's dir habe ich schon gelesen super cool auf jeden fall auch gut morgen heiraten meine eltern ja moin läuft bei dir auf jeden fall willst du bei deinen eltern oh ich habe eine redcon verpasst egal wir sind im ziel leute wie lange geht das stream das kann ich jetzt pauschal nicht sagen wie lange ihr lust habt wie lange ich lust habe und wie lange eins in eins lust hat geht der stream heute also mal gucken ne hier ist macht die abi auf jeden fall ja man jeee sooo und zocker nintendo moin auf jeden fall und ja apropos de abi falls ihr mich noch nicht abonniert habt ne abonniert mich gerne sooo wir haben jetzt auch das level geschafft und krankfried auch moin an dich hier sooo der nächste der in meiner liste jetzt dran ist ist ein ja wir haben jetzt 3 level gemacht jetzt wäre ein vip level dran und zwar von roxem bist du da wenn ja ist es ein level dran ich sehe dich jetzt gerade im chat nicht meld dich einmal kurz und wäre jetzt ein level dran ein super mario world level auf leicht alle drei level kommt ein vip level leute wisst ihr bescheid zocker nintendo moin moin wo du drei Uhr morgens nee das nicht so er ist da wunderbar ähm mario world leicht das klingt doch gut das kriegen wir hin und ich würde sagen danach nach dem level machen wir mal ein zwei runden den ach so tollen multiplayer mit 2 fps da freuen wir schon drauf und danach geht es wieder mit euren level weiter immer ein hin und her ja ich möchte ein bisschen abwechselnden stream bringen nicht irgendwie eine stunde online modus und dann eine stunde level sondern so zwischendurch mal immer ein bisschen switchen kann man ja ganz leicht machen da ist ja kein großes ding dabei und so hat man von allem mal so ein bisschen heute wieder gesehen würde ich sagen ist eine gute sache so your best friend banzi ja gut ja okay das meint er mit banzi on off yeah 30 ja hi war nur samstag im stream nicht da ja das geht aber gar nicht dir schon ne spaß ihr könnt wenn ihr keine zeit habt dann seid ihr halt nicht dabei ist ja nix dabei du 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 okay mit den on off blocken haben wir es heute auf jeden fall äh die sind heute sehr ja gut das kann ich jetzt nicht ahnen der kommt nicht wieder ne das konnte ich jetzt nicht ahnen dass ich den aktivieren muss ja klar irgendwie schon aber irgendwo war doch eben auch ein block den ich nicht aktivieren musste ne hab ich da recht ne okay das ist okay das war meine schuld das war meine schuld oh alter äh hallo wow da war ich zu langsam da war ich zu langsam geht ganz schnell okay wir rennen wir mal durch leute wir rennen und rennen den ganzen tag bam gut und hier keine zeit verlieren sofort rennen okay hier war das noch nicht hier war das jetzt ne ja ich muss da gar nichts betätigen das macht er selber okay ach du scheiße alter ja hallo alter puh puh eieieieiei hatte samstag doch geburtstag achso ja hab ich dich ich hab dir schon gratuliert ne okay okay sooo wir rennen und da unten zum monti älter ahja musst du immer bisschen denken ob du jetzt was aktivieren musst oder eben nicht das ist sehr gefährlich hier der hat den block berührt kannst du mir nicht als ob kannst du mir nicht erzählen das war betrug der hat den sowas von berührt hab das doch gesehen ey er brauche ich nicht mal eine brille das sehe ich so ja kacke ja das einzige was mich an dem level so ein bisschen stört ist ähm du weißt manchmal nicht bin ich jetzt zu langsam oder zu schnell das ist zumindest so mein eindruck muss ich noch warten oder muss ich selber was machen das ist so ein bisschen das einzige was mich so ein bisschen stören tut es ist nicht immer ganz einsicht einsicht kommst du jetzt mal raus hier ist immer nicht ganz so klar was du jetzt genau machen musst dann kannst du leicht sterben so mach mal jetzt hier okay so da müssen wir jetzt nochmal ganz genau hingucken Toadyspeed ja man der Toadyspeed auf den auf den Laufbändern so okay aber der Panzer hat es eigentlich berührt danke fürs abonnieren oh Gott oi 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 oh Gott rennen 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 ah die Stahlblöcke die habe ich jetzt nicht gesehen kleiner tipp rennen und nur springen wenn ein on off block switch da ist okay was soll ich denn bei den Steinblöcken machen brauche ich den Panzer als Helm oder was will der was will der da von mir ich glaube der will dass jetzt den Panzer als Helm nehmen kann kann das könnte sein hm schau schauen wo es gehen viel Spaß und auch tschüss zocker Nintendo hau rein oh hier ist echt warm hier heiße Bude auf jeden Fall hm Sommer ist anstrengend ach Gott dieser Louis Faker kommt schon wieder ey muss los hast du keine Hobbys anscheinend nicht also einige Leute verstehe ich nicht einige verstehe ich nicht du 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 alter Schwede ich kann den gar nicht ok das ist ein bisschen doof das dauert mir zu lange auf jeden Fall nett ist ja auch doch einfach so machen wir noch einfach so machen wir noch das level dauert ein bisschen zu lange irgendwie jetzt ein checkpoint bauen können finde ich irgendwie die Stelle finde ich komisch hm 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 ja der Gamer Toad hat wieder viel zu löschen heute der Zucker hat den Toad nicht gut getan Leeran du musst die ganze Zeit rennen aber da bei den Steinbrücken auch Anonymous danke fürs Abonnieren war das der? ja ich glaube ja ne ich habe es jetzt gerade nicht so ganz ich habe so ein Alter hör mal auf jetzt hier hab das nur im Augen ne Tiddy11x2 in der in dem in meinem eigenen Spiel haben wir jetzt nochmal nachgeguckt Lull ja nice ok so jetzt schafft mit der Tierhaube nicht kann auch nicht wahr sein das Level ist eigentlich ganz cool aber die Stelle mit steinblocken ist ein bisschen komisch finde ich komm ich seelisch noch nicht so ganz weiter und körperlich auch nicht ein bisschen zu viel für mich die Stelle ist ganz cool mit dem also man denkt das so man stirbt sie wie moin entschuldigt Freunde ich fahre gerade etwas mk8 Lachs ich bin bei euch Freunde ja man Jasin hier gibt es ja irgendwelche Hobbylosen Hobbylose Leute ok bäm so warten und die Rönnen jedes Mal denke ich sterbe da ne jedes Mal äh lol ok hat jetzt nichts geändert die Stelle ist doch echt kacke da hab ich jetzt keine Lust mehr die Stelle was ist das warum ist das so blöder Kugel äh Kugel Willi zwei Steinblöcke die regen mich uff die regen mich uff oh man oh man ist ein bisschen weg aus Österreich kommt er ahja gibt vier Kommentare Leute ja immer diese Leute die irgendwelche Kommentare schreiben ihr wollt mich einfach verarschen ne nur rennen und nicht springen mehr ist nicht Dankeschön hier ist so viel für mich ok aber nicht potenziell ein netzes Level ii so ähm ja wir haben jetzt ganz viel Spaß im Kinder Wunderland und zwar im Vernetzte Spielen dort jetzt spielen mit den größten nicht 1 in 1 Kunden auf diesem Planeten let's go bei denen auf der Kuhweide wo es nur 2G gibt die mit ihren mobilen Daten von ihrem Samsung Galaxy S1 mit ihren mobilen Daten mit ihrem 2G Netz Mario Maker 2 online spielen wollen mit denen spielen wir jetzt und danach geht es weiter mit euren Leveln ich mache jetzt so 2 Runden oder so und dann machen wir wieder eure Level ist ja ganz klar im Titel steht ich schaffe eure Level ich habe heute schon welche geschafft Neo ich habe schon welche geschafft bei mir hätte es beim First 2 funktioniert ja läuft ok bei Luigi ey 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 ok Leute ich bin gespannt was das hier wird heute eieieiei ja ja Verbindung ist ok geht mich trotzdem gerade ein bisschen uf hier ich bin schon wieder gestorben am Gumba ah weil die Verbindung halt trotzdem als ob die alle gestorben sind ah ich sag da kommt ein Pilz wie ehrenlos kann man ah da kommt ein Pilz Leute da kommt eine Ranke ist das eine Abkürzung nein das ist hä was ist denn hier so schwer Leute naja Problem oh gibt da eine schon auf was ist hier eigentlich los ey was ist das hier ich muss die mal ein bisschen aufholen glaube ich ja moin ich will ein Ziel dann kriege ich weniger Minuspunkte da war doch ein Pilz bloß mit Beinen ok ja gut wir haben jetzt leider verloren aber immerhin noch das Ziel erreicht dann gibt es weniger Minuspunkte ja das Level war ok wenn man auf geht verliert man weniger Punkte kann sein Mr. Toad grüß dich mit meinem Profilbild hi uff minus 3 ja ich bin aktuell B Rang Leute bei mir läuft auf jeden Fall B Rang ja man einiges profil wird, shirt Wusstest du das? Da hast du einfach auf Google Toad eingegeben und hast einfach irgendein Bild genommen. Nein, denn jetzt weißt du es. Das mein altes Kanal-Logo mal war, was du da als Bild hast. So. Zweiter Try, Leute. Oh, Verbindung. Was hab ich verpasst? Ein paar Level. Und gleich geht's mit eurem Level noch weiter. Ach Gott. Oh, nö. Oh, nö. Oh, nö. Oh, nö. Ey! Was ist denn das für ein Mensch? Oh, ich kann schon wieder heulen, ne? Ja, was bist du denn jetzt für einer? Was sind das alles für Idioten hier? Oh ja, bitte. Gib mir den scheiß Hammer. Okay, ich geh einfach mit Luigi mit. Mach den scheiß Weg auf. Machst du mal den Weg auf, danke schön. Voll den Hammer. Nice. Richtig geil. Ja. Geht mir doch ein Hammer. Oh, was ist das schon wieder für den Käse hier, ey? Was ist das schon wieder für den Müll hier? Puh. Witzig. Hallo. Ey, ey, danke schön. Was ist das jetzt hier? Ja, holt mal den Key. Hol dir mal. Ah, ich warte hier einfach. Bitte doof hier im Saftladen. Ach komm, ich geh doch mal hoch. Oh, lass mich doch alle in... Äh. Komm, Leute, wir gehen mal hoch und gucken uns die Scheiße da oben mal an. Ah, das ist das hier. Da oben ist die Tür. Habt ihr denn eigentlich voll berührt, den Luigi? Was ist das? Ich komm da nicht rein. Ich könnte schon wieder so heulen, ne? Geiles Level. Level sein ist wieder richtig geil. Wenn wir jetzt gerade weiß machen... Diese Tür da oben... ...war die reale Tür. Und da es nur einen Schlüssel gibt, haben wir jetzt alle verkackt. Ja, Luigi ist auch noch ganz schlau. Jetzt kommen wir da gar nicht mehr rein. Oh, du bist da auch ein Genie, Alter. Ja, ich auch. Och Gott, Alter. Schöne Sache auf jeden Fall. Wow. Luigi ist auch so ein richtiger Experte. Mach den Weg kaputt. Ja. Jo. Alter, ey. Ist... Was ist das hier schon? Ja, komm. Leute, wie ist euer Wetter so? Die Runde ist... Die kannst du vergessen. Keiner kommt hier mehr ins Ziel. Was? Ja, dann sterbe ich halt, ne? Ja, Leute, wie ist euer Wetter so? Familie reicht auf jeden Fall. Kann man einen Wandsprung machen? Weil was? Bei einer Tür? Oder was meint ihr jetzt? Das ist auf jeden Fall Käse. Und ganz ehrlich... Das Spiel nicht normal. Ich warte die Zeit ab. Ich mache hier keinen Neustart. Dies wird hier irgendwie nix. Nö. Ich stelle jetzt in die Ecke hier und... Und warte. Ich bin... Ich bin Black S.G. Ich dachte, da steht Black. Jonas, moin. Kann man nach der Box noch Wandsprung? Achso, das meinst du? Warte mal. Warte mal. Ah, Luigi ist ja auch ein richtiger Experte. Oh, was das. Hi, Luigi. Grüß dich. Moin, was geht, Bruder? Lang nicht gesehen. Hallo. Geht der hin, ey? Ja, wir haben jetzt ein bisschen Spaß hier, ne? Kio ist triggert, ja? Komm, ich tue dir jetzt Rishi. Geil. Geil. Ja, auf jeden Fall richtig gutes Level. Das ist Qualität. Das ist Made in Germany hier. Ne, was ist das hier? Ja, sehe ich nicht. Ja, okay. Sehen wir gleich. Richtig nice. Wow. Behaut bitte nicht so einen Mist, Leute. Dankeschön. Behaut bitte nicht irgendwelche Todeswege. Die sind einfach nur uncool. Wie kommt er nicht weiter, ihr Keks? Ey! Ja, okay. Qualität wird hier auf jeden Fall groß geschrieben. Gleich ist es die Zeit zu Ende. Wunderbar. Ich warte jetzt hier kurz ab, weil dann kriege ich keine Minuspunkte. Ja, tötet mich ruhig. Das, Alter, ist gut. Und bei dir, bei mir auch. Ich mache mal kurz ein Fenster auf. Die Luft ist besser. Es riecht nicht mehr so verbrannt. Ich mache mal ein bisschen das Fenster auf hier. Damit hier mal ein bisschen kühler reinkommt, Leute. Ja, ja. USA, Kanada. Ja, mal gucken. Sehen wir gleich, ne? Warjump im Boxraum. Ja, bringt auch nix. Ich bin in deiner Lobby. War das echt? Wer bist denn du? Zeitverstellung. Ja. Ist gleich zu Ende. 30 Sekunden. Das kriegen wir hin. Besser als Minuspunkte, oder? Was spielen die überhaupt noch? Haben die noch irgendwelche Hoffnung oder so? Hat Spaß gemacht. War geil. Daumen hoch auf jeden Fall. Richtig gutes Level. Muss ich mich eigentlich bewegen? Nicht, dass ich noch ein DC kriege. Leute, seine Kisten gehen einfach durch mich. Durch, ey. Lul. Ey! Ja, wunderbar. Qualität hat seinen Preis. Samurai-Tout, grüß dich. So, war kacke. Ein Österreicher. Ja, moin. Der Benny S. Hast du mich abonniert? Wenn ja. Du hast mein Video nicht gesehen. So, einen Try machen wir noch. Das lasse ich so nicht auf mir sitzen hier. Mit einmal verlieren, einmal unentschieden. Ich will einmal gewinnen, Leute. Und dann machen wir eure Level wieder. Wir haben heute Zeit, ne? Also, ich zumindest habe Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr auch Zeit habt. Schreibt zum Chat. Wie lange wollt ihr heute wach bleiben? Schande für unser Land. Ja, ihr habt ja, äh, Gamer-Tout. Du hast auch die anderen Probleme gerade wieder, euer Land. Gibt ja wieder einen neuen Österreich-Skandal hier in der Politik. Ihr habt euer Sebastian Kurz da in seiner Regierung, bevor er da abgesetzt wurde, da doch hier irgendwelche, kamen wir heute an sich, dass er irgendwelche, ähm, Festplatten aus dem Bundes, äh, aus dem Bund, ja, äh, was heißt denn jetzt hier? Aus seinem, da, wo, sein Politikgebäude einfach. Keine Ahnung, wie das gerade heißt. Ich kenne nur den Bundestag, aber in Österreich ist es irgendwie anders. Ja, da hat er ja irgendwelche, ähm, 15,5, ähm, Festplatten, hat er zerstört, also, äh, vernichten wollen und mit falschen Namen, Junge. Also, da wieder nicht irgendwas hier, Dreck am Stecken ist, dann weiß ich aber auch nicht, ey. Also, in Österreich wieder andere Probleme, ey. Also, bei der in Politik läuft ja noch weniger als bei uns, ey. Dauernd ist da irgendwas. So, und hier läuft auch wieder nichts. Oh, doch, auf einmal. Oh Gott, was ist das schon wieder für ein Dreckslevel, ey. Ich hab Zeit, Pius, das ist nice. Dies wird nix, ne? Ich seh das hier schon wieder kommen, ey. Bin ich überhaupt, ich bin Luigi. Ey. Ja, ganz wichtig. Ist Toadette schon weiter? Nein. Alle am Anfang. Alle am Anfang, Leute. Ich renne weiter. Tschüss. Muss los. Ich mach jetzt wieder die Drecksarbeit für Toadette. Nice. Was ist das schon wieder für ein Level-Design hier, ey? Ich gönne mir den Pilz. Oh, Katzenloch, geil. Ähm. Potenziell müsste man nach unten gehen. Ich weiß nicht, was das hier wird. Oh, bist du am Ende eigentlich? Was ist das denn? Oh, ich wusste nach unten, ey. Weil, ähm, wo man starten tut, ist auch immer das Ziel. Läu. Bester Tod. Äh, dankeschön. Ma, 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 ich, ma. Ey, Marissa. Nein. Was ist das denn? Warum sind da... Dankeschön für zwei Euro Ehrentrot auf jeden Fall. Was ist das denn? Warum ist... Warum sind da Mäuse und man kann dann nicht... Oh, was ist das schon wieder für Mist hier? Dankeschön auf jeden Fall. Kommt ja ganz random. Danke auf jeden Fall. Gebt ihr gern ein paar Herzen. Äh, was ist das hier? Hallo, Bowser. Das sind meine Fans, Leute. Das ist so richtiges Dreckslevel, ey. Renn. Renn, Luigi. Renn, renn, renn. Nein, nein, nein. Oh nein, der Steinblock. Der Steinblock. Der Steinblock. Ja, ich weiß nicht. Wo sind denn die anderen Keks? Wo sind die alle? Ist da unten irgendwas? Ich weiß es nicht. Die sind da unten. Ja, moin. Ja, moin. Boah. Ich will eine Runde gewinnen, ey. Ist auch hier so ein richtiges Mülllevel, ne? Warum ist... Warum ist da ein Weg mit Mäusen und dann ist da einfach nichts. Gegeneinander leckt mich doch, Alter, ey. Das ist nicht... Das ist nicht gegeneinander. Einen machen wir noch. Dann machen wir eure Level. Ich will gewinnen. Streams auch morgen. Mal gucken. Wir reden erst mal von heute, mein Lieber. Und dann sehen wir weiter. Oh nein, ich will... 2012. Das war Rippchen's bestes Jahr auf jeden Fall. So einen Schwein machen wir noch. Einen noch. Ich will gewinnen. Ich will gewinnen, ey. Lasst mich gewinnen. Mann, was sind Saftladen, ey. Was? Ein Saftladen. So, bitte gutes Level und gutes Internet und dann ist alles geil. Ihr könnt natürlich auch euer Glück probieren und Emma, ähm, auch mitspielen jetzt. Vielleicht kommen wir in eine Lobby, Leute. Ist ja ganz lustig. Also, spielt ruhig mit hier, wenn ich auch spiele. Vielleicht kommen wir in eine Lobby. So. Okay. Ah, Mario Bros. Eis als Beginn. Ja, geil. Ich warte erst mal ein bisschen. Die Hälfte wird sowas von sterben sofort. Toadette, richtige Expertin. Bin schon wieder Luigi. Nur zur Info. Okay. Wollt gerade den Toad misshandeln. Dann halt nicht. Rennen, du Affe. Und lass dich treffen. Ja, wunderbar. Ja, und sterb am besten. Ja, geil. Leute, das wird jetzt richtig geil hier. So, die gehen kaputt. Oh, Schlangenblock. Auch nice. Bitte ohne Gegner. Oh nein. Ey. Nein. 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 Belastendes Leben, Leute. Oh, Marista wird auch gleich Mitglied hier. Ja, moin. Dankeschön. Willkommen in der Mitglied-Family von den Toads. Yeah. Ja, Mann. Dankeschön. Ja, wir sind jetzt willkommen hier bei den Mitgliedern. Welches Mitglied ist denn überhaupt geworden? Das muss ich immer erst mal gucken. Ja. Gibt ja drei verschiedene Stufen, Leute. Nur zur Info. Es gibt eine Stufe für 1,99. Eine für 4,99. Und eine für 9,99. Ne? Wisst ihr Bescheid. So. Sie ist ein Unterstützer-Druck geworden. Dankeschön. Willkommen. So. Okay. Genug von der Belastung. Wir machen weiter mit euren Leveln. Dann reicht mir erst mal hier. Und zwar mit dem Level von Alex Freund. Bist du noch da bist? Ja, melde dich einmal kurz im Chat. Dann ist dein Level dran. Ein Mario Wars U-Level. Und später probiere ich noch mal ein bisschen hier vernetzte Spielen. Jetzt reicht mir aber erst mal für den Moment. Eure Level. Belastung zu spüren. Ja. Auf jeden Fall. Dankeschön fürs neue Mitglied hier. Auf jeden Fall. Kommt auch gerne zu meinem Discord-Server. Um halt gerade du als Mitglied jetzt Discord-Server im Chat. Und in der Beschreibung immer verlinkt. Und euch. Da könnt ihr mit mir schreiben. Und mit anderen Leuten aus der Toad-Community. So. Ähm. Alex Freund scheint nicht da. Man weiß es nicht super Toad-Maker 2. Es gab ja kein Toad-Maker 1. Deswegen. Das müsste es einmal geben. So. Ähm. Adi Horn. Bist du da? Du wärst jetzt als nächstes. dran. Ja. Mit einem Super Mario World Level. Ja man. Ist der Adi Horn da? Ja, wir da. Nice. So. Ähm. Super Mario World. Mittlere Schwierigkeit. Bin gespannt, was der da so gebaut hat. Und ob wir es schaffen werden. Aber ich bin ja skill-technisch sehr, ähm, skill-ig. Also skill ist sehr hoch. Hört da nicht draußen oder irgendwas. Wenn man das wieder zu. Das ist immer ganz angenehm gerade mal das Fenster offen zu haben. Ich höre so ein paar Autos im Hintergrund. Ja. Auf jeden Fall angenehme Küle kommt ihr von draußen. So. Speed, Speed Run. Wieder ein Österreicher. Was haben wir mit dem Österreicher heute hier, ey? Alles Österreicher hier, ey. Muss los. Ich bin kurz weg. Alles laden. Logo-like. Hau rein. Bis gleich. So. Ähm. Speed Run. Ja moin. Speed Run sind ja meine, ähm. Das ist ja mein Expertenbereich. Äh. Okay. War das so geplant? Okay. Da müsste ich spinnen. Yeah. Carly Time. Grüß dich. So. Ähm. Wir machen das einfach so wie eben. Kacken aufs Trampolin. Einfach mitnehmen. Wenn man kennt. So. Bam. Ja moin. Das darf natürlich nicht passieren. War eigentlich auch nicht geplant, den Panzer kaputt zu machen. Aber okay, Toadie. Wenn du halt Bock dazu hast. Auch nicht zu spinnen. Wow. Ja. Aber mir läuft auf jeden Fall wieder. Lüt. Nagel neu. Okay. Es passt. Hm. Auf dem Trampolin kann... Auf dem Trampolin. Auf dem Laufband kannst du nicht so gut spinnen. Das ist ein bisschen doof. Ja. Okay. So. Warte mal ganz kurz. Okay. So. Hm. Das ist die Stelle. Das ist ein bisschen doof. Weil du willst, dass der Typ spinnt. Der Typ. Der Spieler. Und dann drei Sekunden später musst du sofort nicht mehr spinnen. Weil sonst hast du verloren. Okay. Du musst auf jeden Fall aufpassen. So. Mach du Scheiße. Wow. Wow. Ja, geil. Ja, geil. Als ob. Okay. Interessanter Levelaufbau auf jeden Fall. Was ist dein Lieblings Mario Film mit Super Mario Maker 2? Das ist 3D World. Da kann man ohne Spin rüber. Okay. Du meinst jetzt mit Weitsprung, oder wie? Wie findest du eigentlich mal Odyssey? Tolles Spiel, aber ich mag 3D World mehr. Warum hat das jetzt nicht funktioniert? Hä? Was ist denn das jetzt? Leben funktioniert die ganze Zeit. Und jetzt hat er... Dann machen wir es halt so auch okay. Ja, okay. Ja, okay. Spin mal halt nicht. Als ob. Boah. Mein Pech muss man es mal haben hier, ey. Ganz traurig. So. Bam. Alter Schwede. Hä? Was ist denn da jetzt passiert? Ähm, okay. Was ist da jetzt passiert? Ja, was ist das jetzt hier? Boah. Wie passen die Sachen, ey? Unvorstellbar, ey. Was ist denn hier los? Na, das frage ich mich inzwischen echt. Ich glaube, da gab es ja gar nichts mehr. Am Anfang kam es so gut durch. Jetzt kacken wir an jeder Stelle ab, ey. Das ist ein Thema. Du kommst da rüber, wenn du springst. Hö! Kramo MC. Grüß dich. Willkommen hier im Stream. Hau... Guten Tag. Nicht hau rein, du Guten Tag. Oh! Könntest du wieder durchdrehen, ey. Ich reiß gleich meinen Tisch ab. Bin wieder da. Nice. Gleich brech ich den Tisch durch. Dann reißt du wieder, ja, ey. Okay. Rennen wie ein... Spreng ich zu früh? Anscheinend, ne? Ich hab jetzt nicht ganz drauf geachtet, anscheinend. Muss ich später springen? Das wird nichts. Okay. So. Das klappt hier wenigstens. Hä? Ey, jetzt bin ich ja wirklich fast am Ende gesprungen, ne? Da will wo einer extra Punkte, wenn er ein Level baut. Wie viele extra Punkte? Kann ich dann den kaputten Tisch haben? Ja, was willst du denn mit dem... Was willst du mit dem kaputten Tisch reparieren oder was anderes rausbauen? Willst du mich jetzt komplett abkassieren? Ich bin da die ganze Zeit easy durchgekommen. Tidi, 11, X2. Moin. Oder... Hi. Warst du eigentlich schon da? Hast du zumindest heute abonniert, glaub ich, ne? Ich war Dankeschön. So. Jetzt war es halt wirklich im... Letzten... Möglichen... Boah, der Steinbeck ist echt gefährlich. Was? Okay. Auch wenn wir Dankeschön für den Kommentar, warum er den geschrieben hat. Oh Gott. Oh Gott. Ich glaube, an der Zeit mangelt es nicht. Hallo. Okay. Ähm, ich gehe mal nach da. Das hat hier aber nichts mehr mit dem Speedrun zu tun. Ja, weil... Sollte man immer im ersten Try schaffen können. Geil. Hey, was geht? Moin, Tobi. Moin. Mann. Richtig belastend. Sehr, sehr, sehr... Ja, hast aber auf jeden Fall verdient. Bin nur sehr schreibvoll. Das ist ja kein Problem. Auf jeden Fall Dankeschön fürs Abonnieren. Das Label macht mich ein bisschen fertig, Sade. Seelisch. Du körperst dich am Ende heute wieder. Alles wieder sehr belastend. Ein Checkpoint wäre auch ganz geil gewesen. Okay, na gut. Ganzhaft. Okay, beim Speedrun macht man kein Checkpoint rein. Aber... Ja, ist schon Anfassungsvoll hier, ne? Ja, hier musst du das können, auf jeden Fall. Immerhin kriege ich das sogar hin hier, ey. Mit dem Panzer nach oben werfen und gleichzeitig rennen. Das habe ich letztes Mal im Stream nicht geschafft. Nirgends wie. Das weiß ich noch. Hallo? Was denn jetzt? Oh, gut. Da oben ist wahrscheinlich nichts. Warum zeigt der Pfeil eigentlich nach rechts? Das verstehe ich nicht so ganz. Das geht mir nicht ganz so in den Kopf rein. Okay. So, jetzt wissen wir immerhin, dass wir nach rechts müssen. Nicht nach oben. Okay, jetzt müssen wir mal aufpassen mit dem Stacheln hier, Leute. Guckst du einmal in den Schild und fliegst sofort wieder runter. Okay. Geduckt springen ist hier die Antwort. Greifarmen. Da komme ich doch niemals hoch. Ach so. Ach Gott. Ach Gottchen. Ja, was ist das denn? Das schaffe ich jetzt eh wieder nicht. Hab ich keinen Bock mehr. Das hat nichts mit dem Speedrun zu tun, mein Lieber. Hä? Was soll denn da jetzt hochkommen? Hä? Wieso hoch macht der gar nicht? Willst du mich komplett abkassieren? Was ist das denn? Ne, dieses blick ich jetzt mal echt überhaupt nicht an die Horn. Dieses blick ich mal so gar nicht. Endlich rafft das KHW-LAN dein Stream. Bist du krank aus, Tobi? Was hast du denn? Ähm, Leon Spiel. Bitte deine IDs in der Beschreibung einsenden, dann spiel ich dein Level im Chat nicht. Mit Anlauf, ja gut, hab ich jetzt irgendwie nicht geschafft. Ja, das Level ist nicht ganz so leicht, wie man auch sieht, an der Abschlussrate 0,57% läuft auf jeden Fall. Ja, war ein nettes Level. Kann man schon machen, aber es gab ein paar Passagen, die jetzt nicht so wirklich Speedrun-tauglich waren. Sagen wir mal so. So, ähm, jetzt wäre ein Level von Natsu-Kun dran. Ein Mario Bros. U-Level auf schwer. Wenn du da bist, melde dich einmal kurz im Chat. Dann ist dein Level dran. Ja, ein Hitzschlag und Sonnenstich bei der Arbeit. Hitzeschlag wahrscheinlich meinst du eher. Uff, ja, dann gute Besserung. Uff, das klingt ja gar nicht gut, ey. Was arbeitest du denn Schönes? Draußen wahrscheinlich irgendwas, ne? Nehme ich mal an. Obi-Wan Kenobi, grüß dich und Natsu ist da. Wunderbar, yay. So. Ähm, da ist die ID. HC. Ne, H, bitte. H, C, T, N, K. Ach, danach kommt wieder ein VIP-Level dran, Leute. So. Dann haben wir wieder, glaube ich, haben wir denn drei Level? Ja, ja, das dritte Level, ja. Ja, ja, passt, passt. Hi, was geht? Hallo, Nico, Scope, LP, moin. Der nächste Speedman, leider, was ist das denn? Der nächste Speedman, man kennt's. Ja, nice. Und nach einem Speedman zum nächsten. Oh, noch 60 Münzen sammeln, ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das kann einer Heiter werden, ja? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Ja, moin, 25 Sekunden. Willst du mich komplett abkassieren? Ach du Scheiße. Halt da. Das wird ja... Ui, ui, ui. Der will mich ja mal komplett abkassieren, ja? Noch enger geht's bald nicht mehr, ne? Magst du Troll-Level-Mills versteckt? Nein. Nein. Ne. Ich mag ihn gar nicht. Ich mag ganz normale Level. Die find ich cool. Wie das von Yasin zum Beispiel am Anfang. Das war... Angenehm. Ah. Skillig. Oh Gott. Ich guck mal gar nicht auf die Zeit. Okay. Ich frag mich, wo hier die 60... Ein YouTuber-Nutzer. Ne, ein YouTube-Nutzer. Grüß dich, willkommen hier im Stream. Ich frag mich, wo die 60 Münzen sein sollen. Aber okay. Hier ist ja nicht mal eine. Bisschen Konzentration hier, Leute. Oida. Oh ne. Oh. Boah. Ich baue Marmecke 2 viele Welten. Nice. Hast du meine Frage eigentlich vorhin beantwortet? Mit dem Profilbild? Wusstest du, dass das mein Profilbild mal war? Also war das Absicht oder... Einfach per Google-Bilder. Na ein Toad gesucht. Ich glaub, das hast du nicht beantwortet. Wollte mich mal interessieren. Gut. Ähm, die Stelle, wo ich eben gestorben bin, sieht sehr belastet aus, muss ich sagen. Ob ich das hinkriege? Boah. Mal gucken, ne? Ja, moin. Fängt da an zu wirbeln, ey. 10%. Was meinst du genau damit? Lang streamst du noch? Mal gucken. Immer ganz spontan. Ich hab ja Ferien, ne? Ass, Ferien, genau. 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 Alles ganz entspannt. Wir haben noch Zeit. Ja, wenn noch Zeit, Leute. Puh, das Level ist ein bisschen anstrengend. Bleibt der Stream gespeichert? Jo. Wenn der Stream einwandfrei verlaufen ist und ich eigentlich zufrieden mit dem Stream bin, dann bleibt der immer eigentlich online. Es gibt immer mal Ausnahmen, wo ich mir denke, nee. Na, wenn er mir einfach nicht so gefallen hat, dann lass ich ihn einfach. Bleibt am meisten auf nicht gelistet oder so. Aber in der Regel bleiben die online. Beziehungsweise die kommen wieder online. Also die Streams müssen ja nach dem Stream immer ein bisschen verarbeiten und dann ändere ich meistens den Titel so ein bisschen und sowas. Also mach halt dieses Live-Werk und diesen roten Kreis und so aus dem Titel und so. Meistens kommt er dann am nächsten Morgen online oder halt noch am Abend. Je nachdem, wann da halt war der Stream, kommt er halt nach ein paar Stunden wieder online. Normal in eure Abo-Box könnt ihr euch ganz normal nachgucken oder halt das gucken, was ihr halt verpasst habt. Aber eigentlich würde ich jedem empfehlen, den Stream immer live zu gucken. Ist ja auch viel cooler. Könnt ihr mitschreiben und eure Level einsenden. Die bitte keine Speedrun-Level sind. Dankeschön. Mark. Mark Luke. Hi. Willkommen im Stream. Ja. Gut. Mal gucken. Ob das schon noch was wird hier, oder? Ich zweifle, verzweifle es. Oh Gott, dieser Scheiß-Stachel, ne? Boah. Der blöde Stachel. Der ist nervig. Ich würde sagen, ich gebe dem Level drei Trice, würde ich sagen, Leute. Drei Trice. Geh nicht dem Level. Noch. Weil tatsächlich... Oh Gott. Also da musst du jetzt nicht mehr sterben, Toad. Ne? Mal ganz ehrlich jetzt. Aber ganz Schnitzel. Moin. Guten Abend. Du kommst hier im Stream. Bewusst ich. Da musst du nicht sterben, Toad. Das ist ein bisschen unnötig. Ganz ehrlich jetzt. Irgendwann ist auch mal gut. Hä? Warum stirbt er jetzt da am Stachel? Und mal auf, der Mario. Hi. Warum stirbt er da am Stachel? Ist ja doof. Was ist denn bei dem los, ey? Sag mal. Hast du einen Schaden? Okay, okay, okay. Ja. Ernsthaft. Gut, das Level ist ein wichtiges Geduldslevel. Irgendwann würde ich es bestimmt schaffen, wenn man einfach viel Zeit investiert. Die Zeit hat man natürlich jetzt im Livestream nicht, wo halt wieder gefühlt 200.000 Level-Einsendungen sind. Und halt am besten jeder drankommen will. Zumindest ein bisschen. Da habe ich halt halt nicht so viel Zeit, mich jetzt mit einem Level sehr zu fokussieren. Kann man natürlich... Okay, einen mache ich noch. Kann man natürlich machen, ja. Aber ich bin da eher der Auffassung, ich möchte mir viele Level mal angucken. Und die so ein bisschen bewerten auch. Und natürlich auch spielen. Und im besten Fall abschließen. Im besten Fall, man kennt's. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Ja, bis hierhin ist man eigentlich ganz entspannt. Hier wird's halt kritisch, ne? Hier wird's halt kritisch. Da in diese Lücken reinkommen ist ein bisschen anstrengend. Auf jeden Fall ein ganz nettes Level. So. Gut Nacht, Jus. Muss Pennen. Ich habe noch 3,5 Schule. Als ob du noch Schule hast, ey. Hau rein. Wie viele Einsendungen hast du gerade? Ähm... Ich musste das selber zählen, manuell. Habt ihr jetzt keinen Zähler? Beziehungsweise keine Anzahl an Einsendungen. Auf jeden Fall sind da noch einige. So, Luca. Ich sollte dich ja Luca nennen. Deswegen mach ich das auch. Luca, du wärst jetzt dran mit einem Level. Einem Super Mario Bros. 3 Level auf schwer. Wenn du noch da bist, melde dich einmal kurz im Chat. Wo kommst du da nicht her? Ich wohne in Hamburg. Na, auch noch Schule. Uff. Ich hab Ferien. Miro, moin. Bye, hau rein. Ein Tipp dafür, konntest du direkt da links reinspringen. Einfachs ein bisschen. Ach, ja. Ja, ja gut. Hast recht, ja. Direkt reinspringen, ja. Ja. Hab auch noch drei Tage Schule. Komm aus Spanien. Ja, die Bayern, die sind da ein bisschen spät dran, würde ich mal sagen. Die sind auf jeden Fall ein bisschen spät dran. Ja. Ja, ähm. Der Luca ist da. Nice. Ich hab auch Ferien. Nice. So. Luca ist da. Was hat das jetzt mit Level? Ein Mario Bros. 3. Okay, okay. So. Jot. G. Ja, nicht Jot. Y. Ich hab keine Alphabet hier mehr. Oder was ist da wieder los? So. Q. F. S. H. G. Okay. So. Ich wollte ja eigentlich ein VIP-Level spielen. Tatsächlich haben wir gar kein VIP-Level mehr hier. Wer hat noch heute drei VIP-Level, glaube ich? Ja, Yasin. Ne, Yasin hat mir heute. Roxum. Gematon hat nichts eingesendet. Und andere sehe ich jetzt hier spontan auch nicht. Deswegen passt das eigentlich. Okay. So. Ein Wüsten-Level. Und Pascal Merz. Moin. Ich wusste nicht, dass es dein altes Bild war. Einfach gegoogelt. Okay. Da musst du potenziell nicht aufpassen. Wegen Urheberrecht, man lieber. Anscheinend kennst du so ein Wort nicht. Das Bild ist extra für mich erstellt worden. Deswegen bin ich, beziehungsweise die Malerin, der alleinigen Urheber und Nintendo halt noch. Aber nimm es halt ruhig. Habe jetzt kein Problem mit, aber potenziell, ne? Wollen wir schon mal gucken, was man da eigentlich nimmt, ne? Okay. Kippt mich, dass mein Galumba. Aber, nee, nichts, alles gut. Alles gut. Ich meine ja nur. Musst du aufpassen, was du da eigentlich für Bilder nimmst, ne? Passt jetzt in dem Fall. Wenn du willst, kriegst du auch ein Bild in besserer Qualität, weil, ähm, der Toadie ist ja so ein bisschen, ja, so ein bisschen schief, ne? Der ist nicht so mittig. Meldet ihr auf dem Discord. Knoten trocken. Grüß dich. Okay, ähm. Och, scheiße. Der hat mich jetzt ein bisschen überrascht. Bananen-Spalter. Moin. Moin, moin, moin. Der Kettenhund hat mich ein bisschen überrascht. Dem habe ich da jetzt nicht gerechnet. Wir müssen auf viel aufpassen, ja? Monty's, Wiggler's, die Sonne. Also, hier ist auf jeden Fall viel los in der Wüste. Kann der bitte gehen? Dankeschön. Oh Gott. Oh Gott. Ei, 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 ei. Mmh. Pius hat schon alle von mir gespielt, Lul. Ja, bei mir läuft, ne? Seit Super Mario Maker 2 gibt, nutze ich, nutze nur noch ich Super Mario Maker 1 für 3, der ist. Okay, warum? Du kannst ja nicht mein Level hochladen. Cool Pius ist live. Jammern. Aber jetzt habe ich drei Tage nicht, ne? Ja, kann sein, ne? Ich muss jetzt offline. Schöne Abend noch und gute Nacht. Hau rein. Tschüss. Miro. Gut, bei mir läuft hier auch. Ah ja. Ah ja. Ah ja. Ein YouTube-Nutzer, immer noch. Deine IDs in der Beschreibung einsenden. Dort ist ganz oben ein Link zum Google-Formular. Dort kannst du dein Level einsenden. Nicht hier im Stream. Das geht halt einfach gar nicht wirklich, ne? Weil du siehst ja, ich spiele gerade ein Level. Wie soll ich jetzt mit deiner ID umgehen, weißt du? Klar, ich könnte mir die immer aufschreiben, aber ein Formular, wo ihr ganz entspannt euer Level einsenden könnt. Oh Gott. Ist doch viel cooler. Müsst ihr nur einmal einsenden. Postbeam. Und nicht mehrmals im Chat posten. Also hat eigentlich nur Vorteile. Deswegen machen wir das auch so. Gut. Hier ist ein bisschen viel los. Schon fast zu viel für meinen Geschmack eigentlich. Was ist denn der Ketten und jetzt hin? Alter. Okay, jetzt ist wenigstens die Feuerbarriere weg. Da ist noch eine. Okay. Wir leben noch, Leute. Ich weiß nicht, wo ich jetzt hin soll. Okay, dass da jetzt der Tod ist, habe ich nicht erwartet. Geil, jetzt sind Pfeil oder ein paar Münzen ganz gut getan. Es ist schwerer geworden als gedacht. Es sollte nicht so schwer sein. Okay. Ja. Das ist schon ein bisschen schwerer als gedacht. Auch für mich. Okay. So. Ich würde sagen, ich springe einfach mal YOLO-mäßig. Läuft. Lief besser als gedacht. Läuft bei mir. Oh Gott. Okay. So. Hier sieht man halt leider nichts. Hier hat ein paar Münzen ganz gut getan. Oder gut gepasst. Sagen wir mal so. Ready. Grüß dich. Moin, Ready. Moin. Moin. Servus. Moin. Das geht doch so, ne? Moin. Servus. Ey, kannst du bitte... Pilz. 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 Ey. Ja, moin. Mmm. Das war ja mal gerade kompletter Abriss. Da ist ja der, 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 der... Was ist denn jetzt hier ein, ey? Da schäme ich mich schon fast für, ey. Eieiei. Das war ja gerade hier wirklich komplette Zerstörung. Der Run lief so gut, ne? Da war... Boah. Dieses Level ist knackig. Dieses Level ist knackig. Ja, bei mir ging heute die Hitze, ne? Aber ich würde sagen, da muss einer aus NRW... Glaube ich nichts zu sagen, ne? Ich glaube, bei denen ist schon, ähm... Er kann schon sein... Seine Fischstäbchen im Garten grillen. Ohne Strom. So, heißt, wie das da ist. Okay. So, wo müssen wir jetzt hin? Das Level ist ein bisschen... Wow. Ziemlich viel geht's hier ab, für meinen Geschmack. Gehen einfach mal den ganzen Tag durch die Tür, ne? Hallo, Goombas. Oh Gott. Oh Gott. Auch noch ein Bum-Bum. Hi. Grüß dich. Lange nicht gesehen. Wer ist hier ganz im Spitzhäule. Der hat nicht mal was. Ja, moin. Gleich wird es aber richtig schwer. Ach, das war's noch nicht. Ich komm aus NRW. Ja, da ist... Ich werde hier gegrillt. Ja, kann ich mir vorstellen. Raum Köln soll am wärmsten sein. Ja, ist belastend. Ja, da... Ganze Ecke da, ne? Man kennt's. Alter, was ist das denn? Was ist das denn? Bruder, was hast denn du genommen? Und kein Checkpoint, ne? Ja, moin. Ja, moin. Mit bit dit hier? Also. Irgendwann. Ist auch mal gut, ne? Wurde man so ein Limit erreicht. Und wenn ich mir denke... Halt, stopp. Ich würde sagen, zwei Trice, würde ich sagen. Zwei Trice. Eieieiei. Ziemlich belastend hier, Leute. Uff. 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 Ah, lol. Kommt die Sonne und ballert mich weg. War heute im Freibad und Ka. Irgendwie vertrag ich sie jetzt einigermaßen. Julian. Moin. Und Saphir? Ich weiß gar nicht, wie ich dein Name aussprechen soll. Ich kenne dich auf jeden Fall. Oder Saphir? Bruder. Ich muss Sprachen lernen. Ich muss auch spielen lernen, ey. Das ist alles lernen hier, ey. Gut, dass ich in die Schule gehe wieder. Drei Wochen oder so. Dann lerne ich nur noch Mario Maker Levels spielen können. Das ist ein gutes Sprach, ne? Ja, 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 ja. Ich muss da gehen, Chris Pascal, hau rein. Das ist auch noch schon, oder was? Alter. So, ähm. Wir gehen jetzt mit einem Pilz mal weiter. Geh einfach mit. Oh. Oh. Dass ich da jetzt durchgekommen bin. Krass. Aha, bei mir läuft. Alter. Was hast du hier bitte genommen? Was muss ich hier überhaupt machen? Junge. Was muss ich hier machen? Was muss ich hier machen? Nee, das ist mir gerade, als ob der Geister Powerblock gekommen ist. Das Level ist mir trotzdem zu heftig. Ohne Checkpoint ist mir das zu heftig. Ich komme in die neunte Klasse. Nice. Ich komme in die zwölfte. Wir waren im Krieg gegen die Mafias. Äh. Okay. PS-Klima-Lage und die Latte. Na, ich habe auch so ein Ding. Aber das habe ich im Stream nicht an, denn klingt das hier so, keine Ahnung. Als wäre, ja, keine Ahnung, habe jetzt keinen besseren Vergleichen, aber dann klingt es auf jeden Fall richtig geil. So, ich bin wieder da vom Essen holen. Das schreibt man übrigens mit F, äh, mit V, nicht mit F. Und holen schreibt man in dem Fall mit einem H und einem L. Ich bin jetzt dein neuer deutschlehrer. Guten Tag. So, das ist immer wieder sehr leer. Reicht das, wenn ich einen Daumen hoch da lasse. Und danke schön. So, äh, jetzt ist das Level von King Arley dran. Wenn ja, melde dich einmal. Also, wenn du da bist, melde dich einmal kurz im Chat. Super Mario World. Ja, Mann. Der Lacher war gerade echt gut. Lacher? Da habe ich gelacht. Hm. Jetzt habe ich gelacht, ey. Jetzt bin ich Profi. Ja, Mann. So. Pius ist jetzt 18 und nun voll. Aktuell lernt er von Yunus Amiri mit Bombenpranks. Ja, Mann. Bist du hyped auf Game Drum? Ja, Mann. Ich freue mich so oft Samstag. Ja, immer der Samstag, ey, Leute, ne? Der Checkpoint wäre danach gekommen. Und bitte, Paul Block. Hältst du die Pflanze oder wie die heißt, killen können? Und dann raus. Aber ist auch egal. Ja. Das mit dem Power Block ist mir klar. Ja. Ähm. Checkpoint. Der hätte ruhig davor kommen können. Du hast vorhin eindeutig gelacht. Ich bin super. Ich bin super. Und Gamescom wird allgemein nice. Ja, du bist super. Ja, das kann ich mal so unterschreiben. Samstag mit. Samstag. Von rein aus Emotionen, ey. Ich bin mir sicher. Ich denke mal, was? Ich bin super. So ganz random, Alter. Ich bin auch super. Leute, bin ich auch toll. Uff. So, und fein ist der nicht da, der Kinga. Lese ich das richtig? Denn wäre jetzt Lisa XD dran. Lisa, bist du da? Wenn ja, ist es dein Level dran. Meld dich. Meld dich. Ruf dich an. Und deine Nummer 0333 2355732. Meld dich sofort bei mir. Dann können wir talken. Hallo, na. Autisten sind wir da. Nice. Aber danke für dein Kompliment. Ja, ich muss ja irgendwas sagen, ne. Soll ich euch alle fertig machen? Ihr seid alle kacke, ey. Bam. Lennox, hi. Du wieder da? Wurde gerade eingecremt. Eingecremt? Um 22.26 Uhr. Wo gehst denn du heute noch hin? Auf zum Burner, Mann. Aber selbst da ist jetzt keine Sonne mehr. So, auch die... Lisa ist anscheinend nicht da. Und B1 Gaming, grüßt dich. So, der wäre jetzt Shadow Kirito dran. Mit seinem Super Mario World Level. Bist du da, wenn ja... Meld dich mal im Schatten. Da ist überhaupt noch irgendeiner da. Aber habt ihr mich alle verlassen hier, oder was ist da los, ey? Wie war die Nummer? Hab mir die Hälfte eingetippt. Als ob, ey. Als ob die Real... Weil ich wüsste halt nicht mal meine eigene Nummer, ne? Jetzt mal Real Talk, ne? Ich weiß sie nicht mal auswendig. Ich schweige denn hier noch vorlesen, ey. Das wär's ja noch, ey. So, Shadow ist da, nice. Bin da, auch nice. So. Also, ich bin da. Dambruch. So. Shadow ist da, so. Super Mario World. Aber wir hatten noch kein einziges 3D World Level, glaub ich, ne? Ja. Was ist denn da los, ey? Wo sind die 3D World Level? Gebt mir eure 3D World Level, Leute. Was ist denn da los? Was ist denn hier los? Ich hab mal wieder mal Dom angeguckt. Geil mit der. Dom und Marianne, ey. RTL, Family Stories, geht immer. So ein bisschen Dom am Morgen ist immer ne... Ein bisschen Dom am Morgen vertreibt Kummer um Sorgen. Bam! Jetzt kommen hier die Ansagen. Jetzt kommen hier die Lebensweisheiten. Um 22.28 Uhr bei Pews. Bin jetzt auf, hau rein. Tschüss! So, nächstes Level. Alle Münzen sammen, ja, wenn's sonst nix ist, ne? Die Münzen samm ich ja immer gerne ein. Hm. Ja, Mann. Also, das hier werden. Okay. Komischer Einsatz von On-Off-Blöcken. Ist da mein Eindruck. Die hätte es nicht gebraucht. Oh Gott. Skillig. Hä? Ha! Oh, hat er mich jetzt gekillt? Dom am Morgen vertreiben Hunger und den schönen Morgen. Das ist am A. Ich bin natürlich so ein Typ, ich hab morgens nicht so viel Hunger. Also, ich esse lieber abends viel anstatt morgens. Ach, so war das gedacht. Ja, gut. Morgens bin ich so ein Typ, der so viel Essen tut. Also, nee. Hä? Warum kann ich da nicht spinnen? Was soll ich denn da machen, ey? Das blicke ich mal wieder so gar nicht. Ich seh grad, das Level geht einfach nur 46 Sekunden. Beziehungsweise 50 Sekunden. Ja, moin. Ja, und das hier? Was soll das hier werden? Ah ja. Oh, die stellst du aber kacke, ne? Oh, hat er die so weit auseinander gemacht? Wollte ich aufgerufen? Ich glaub nicht. Ich glaube nicht. Hm. Hm. Nein, nix mit Noob. Ich kann da nicht spinnen. Was willst du von mir? Vielleicht mit Anlauf? Hey, eben ging's nicht. Hä? Was soll das jetzt? Eben. Manchmal will der nicht. Manchmal will der nicht. Hast du ein Problem, Taudi? Soll ich die Polizei rufen? Manchmal muss ich los. Ich esse abends auch mehr. Ja, abends hab ich irgendwie immer Hunger. Und morgens... ...ge ich am liebsten wieder ins Bett. Lull. Boah, warum? Also manchmal... ...die Spin-Physik... ...verstehe ich nicht so ganz. Manchmal geht's, manchmal nicht. Hm. Hm. Auf jeden Fall weiß ich nur eins. Wir haben wenig Zeit... ...in dem Level. Aber eigentlich müsste es doch gehen, wenn ich einfach nur renne. Und halt spinnen. Ja, jetzt geht's. Hm. Ähm... Ähm... Uff. Wenn der Pure Controller... ...nicht springen möchte... ...Dominik... ...willkommen im Stream... ...dann ist immer alles geil. ...dann ist immer... ...dann ist immer... ...dann ist immer... ...what? ...diagnose... ...dingeschränkt... ...dann ist immer... ...und... ...dann ist immer... ...denn... gar nichts toll doch schon aber nicht so hilfe ja ziemlich komplett abkassieren hier der springt nicht der springt nicht ich drückte auf b der springt nicht ich mag mathe nicht wer mag mathe ich nicht mathe war dies ja richtig abschließen kann nächstes ja nur besser werden das war richtig abschuss ich kann kommen gut konzentration ich nehme den joysticks weil das steuerkreuz nicht abkassieren das steuerkreuz ist dreck auf dem vorcontroller das funktioniert nicht richtig das sieht man sehr gut in tetris 99 leute da spiele ich immer mit dem job da spiele ich immer mit dem joycon weil das steuerkreuz einfach nicht richtig das ist nicht genau genug das funktioniert nicht richtig da bin ich nicht alleine mit aber schon andere gefragt das ist einfach so das steuerkreuz ist nicht gut auf dem torcontroller wird es gerne aus selber leute bei tetris dies funktioniert nicht richtig ihr werdet probleme haben die blöcke richtig so zu setzen wie ihr wollt jetzt springst du da endlich ich hasse so enge sprünge ganz anstrengend enge sprünge sind nervig immer sehr belastend alpha moin willkommen im stream daumen hoch bei mir läuft richtig 29 sekunden ist nicht so krass ich denke mal zu früh habe jetzt keinen bock ungefähr 30 sekunden ist letzter macht mann tolle beschreibung die toadbank wer kennt sie nicht wer kennt nicht so leute wir machen weiter mit dem level von david oder david bis noch da wenn ja melde ich einfach kurz schättern bis jetzt ein level dran david da war abgeschollte ja mann und arndt wie das wäre ein mario was hat der mario wird heute 100.000 mario wird wurde hier ja bin ich meistens ist ein level dran m m 0 l d d c 8 t f wunderbar so okay passt schwierigkeit mittel alles klasse eben war auch mittel naja naja ich verarschen noch ein speedrun wir kommen von einem speedrun gehen zum nächsten und zum übernächsten da los was ist denn da los ach du scheiße erklär mir bitte einer dieses spiel ich mache immer dasselbe ich mache immer dasselbe auf einmal stirbt er das ist ja doch schwer als ich dachte ich komme da eben so easy durchdicken gerade so war die satt denn hier und auf einmal geht hier gar nichts mehr was ist denn hier los ich bin ich da eben so gut durchkommen hab auch nie dankeschön l a d youtube willkommen hierbei herr steckt team tot ja mama weiter hier irgendwie geht es nicht mehr ich habe das ganze eben auch gemacht jetzt geht es nicht mehr erkläre doch einer bitte mario maker wie ich damit schaffe junge wie leid weil ich meine viele haben wir schon mal gespielt kann das sein sieht man meine keine abo einblendet doch sieht man die sollte kommen deine abos auf öffentlich hast man lieber dann kommt auch die einblendung kann aber ein bisschen dauern das level ist ein bisschen zu nervig mir ein bisschen das ist ein sinnvoller satz glaube nicht das level belastet mich ein bisschen weiß dass wirklich die ganze dasselbe ist wenn du einmal stirbst und hast dann irgendwie auch kein bock mehr das geht halt echt die ganze zeit so ne weiß ich wie ich das finden soll ist jetzt nicht ganz so kreativ ne nee keine lust schaffst du auch wenn du gehst ach ok ok dann machen wir ein g2 machen wir noch ein g2 ein g2 ich dachte zuerst die lava steigt sogar an aber die geht ja wieder runter mal ein g2 das wetter ist schön schöne temperaturen schöne wärme und skillige versuche von views in diesen level als ob da ein bowser kommt jetzt mich abkassieren daumen hoch leute daumen hoch hast du auch ein level gebaut na klar wie geht das mit abo auf öffentlich ähm du musst da irgendwie in die einstellung je nachdem ob du auf dem handy oder am pc gern bist es ein bisschen anders aber ist vielleicht auch nicht so wichtig habt ihr ich sagte einfach dankeschön denn passt hat man lieber den pastet ich war dankeschön fürs abonnieren willkommen hier bei den toast hier gibt es viele mara maker zwei videos und streams also abonniert ihr in den kanal leute falls ihr neu seid so mein level können wir gerne mal hingehen ich habe schon 6000 baumeister ich bin richtig fein hier so ja hier sind so meine level potenziell würde ich euch ja könnt alle gerne spielen unterschiedliche schwierigkeitsgrade das ist eher leicht das ist ziemlich schwer das ist schwer dieses mitte würde ich sagen das ist leicht das auch leicht potenziell würde ich euch das hier empfehlen da sollte die id 3x04 sn die im wf könnt ihr gerne spielen und meine level leiten leute ja ihr könnt auch ja ein screenshot machen denn passt das ne ja über ein level kann man dann ja alle anderen aufspielen also wenn man ein level suchen tut dann kann man ja alle anderen aufspielen da wäre es zum beispiel jetzt eine gönnt euch machen ein screenshot oder so und dann könnt ihr meine level spielen pius ich habe alle deine level gespielt und abgeschlossen ja daumen hoch auf jeden fall an dich hier dir schon so leute nächstes level und zwar von x1 baum hd bist du da wenn ja meld dich einmal kurz im chat dann ist dein level dran mein level geht nur 30 sekunden und ist kein speedband obi ich spiele alle nach der reihenfolge du bist ja jetzt schon öfters da gewesen solltest du eigentlich wirst du mein lieber dass ich alle level nach der reihenfolge spiel dein eines level goombas pipeline hatte ich im gegeneinander spielen gesehen echt gesehen du meinst du hast es gespielt oder laut öffentlichen nintendo begriffen heißt es magi cooper habe doch geschrieben oder oder witzig von mir heißt es doch magi cooper mein level halt mit doppel ohne weil cooper schreibt man mit doppel wo ja ja ich habe gespielt nein bist du der einzige mal gucken das kann man ja sehen wie viele leute das level im gegeneinander hatten 18 ja moin ja moin es ist ein sehr einfaches level kam halt direkt am launch nach zwei stunden online das ist ja das ist ein richtig gutes richtig gutes kannst du den tod sound machen ja so ich hätte jemanden aufgerufen war anscheinend nicht da lennox bist du da wenn ja meld dich einmal kurz doch jetzt doch jetzt es geht los kaum zu glauben ne ja geht los es geht los so mario boss you endlich mal keine mario world und weh das ist auch ein speed one ne dann flippe ich aber aus ich habe genug ich habe so was von genug speed one level reicht mir erst mal ja da bin ich erst mal bedient so 9 s l j n g wunderbar schwierigkeit schwer ah ja so dange ok bum bumms schergen im anflug bum bum hat sich schergen geholt mario schafft es nicht ihn zu vernichten oh dafür schafft es tot tot würde es schaffen kann es sein dass viele leute nur noch speed one level machen ja weil die übel so bis zum trend sind ja sehen diese 20 sekunden und sie sind ja so oft weißt du denn überall da irgendwie trends da deswegen machen das denke ich einige aber ich mag nicht so gerne speed ones ich mag lieber ganz normale klassische level die finde ich mal ganz entspannt mit guten design guten ideen und fairness gute alte das heißt gute items ähm items checkpoints am besten keine zielbedingungen lol das ist alles geil kickoffs grüß dich oh gott ja pilz äh gib mir bitte einen neuen ich brauche einen neuen als ob ich das überlebt habe tschüss geh runter oh pilz der bum bum ist ziemlich blöd ok treffer nummer eins drei treffer hätte aus lol was ging jetzt ab hier hallo nein äh ok äh bitte internet internet hallo ich will mich jetzt komplett abkassieren hier ich hasse es ey es sollte wieder es geht wieder ok geht wieder geht wieder geht wieder geht wieder geht wieder geht wieder keine ahnung war jetzt gerade ein mini einbruch keine ahnung was es wieder soll bei mir geht es ja jetzt geht es auch wieder ich habe es ja bei obs gesehen dass das irgendwie keine ahnung da war die ähm die bitrate also man streamt ja mit bitrate und so ne und ich war irgendwie zwischenzeitlich bei 200 kbit also komplett ich stream meistens mit 5000 wenn er so 200 steht dann kackt das natürlich ab ne ist ja klar also keine ahnung was das jetzt gerade schon wieder war ne gut dann können wir weitermachen glaube ich ne sollte glaube ich wieder gehen ja jassin irgendwie keine ahnung was irgendwie grad sich gedacht das internet ey mal wieder kurz einzubrechen zum glück nicht ganz sondern nur ähm von der geschwindigkeit ein bisschen der war ja nicht ganz tot der stream zumindest bei mir nicht ok ja scheiße das war ich gerade ein bisschen abgelenkt jk plays moin geht wieder gute sache auf jeden fall leute äh uff ey zum glück war es schon ein kleiner ausfall unterbrechen könnte man sagen und kein ich bin jetzt mal ganz weg das ist jetzt noch hätte ich erstmal gar keinen bock drauf es geht alles weiter leute alles wird gut als ob ein bisschen zu viele pflanzen für meinen geschmack finde ich ein bisschen zu viel eins und eins ey ja da machst du immer wieder dann kam wieder persönlich vorbei leute mal ha da musst du kurz den router reparieren man kennt's du 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 treffer was das denn oh gott das war kurz hier oben als ob also kannst du jetzt mal können wir heulen nicht sterben komm jetzt her komm doch wenn du dich traust okay gut nix mit sterben was kann man mit ehren tot aktuell noch nicht so viel er ist einfach nur für ehre wenn du mir zehn euro monat geben möchtest dann kannst du eher tot werden aber auch genauso für 1 oder 90 mit werden und halt so die monge kriegen ein toad pilze icon neben der namen und eine andere farbe und du kommst exklusive community post und discord rang und sonst was vieles so wo bin ich das ist jetzt aber nicht so fair damit habe ich jetzt nicht gerechnet dass es sofort weitergeht mit dem nächsten boss kampf ich dachte kommt ein bisschen mehr entspannung discord wie heißt der link zum discord ist jetzt im chat leute kommt dazu gönnt euch schon wieder bum bum ey der boss kampf dauert ein bisschen mir zu lang der ist ein bisschen zu nervig für meinen geschmack du triffst ihn halt fast nie weil diese böne platt vor mir im weg ist die pflanzen kannst du auch nicht killen jetzt ist auch noch der schall der pilz da unten ey ich finde den boss gegner anstrengend der dauert dann einfach ewig gefühlt und ja moin ja moin und mir läuft auf jeden fall wir wollen poli sehen poli ist jetzt gerade nicht hier wollte ich nicht hier die musste los es ist ja nachts da geht ihr mal raus am morgen pennt die immer hallo junge was ist denn mit dem scheiß internet wieder los könnte mir heute das ist jetzt immer so mini einbrüche was soll denn das soll denn das ich verstehe diese mini einbrüche heute nicht ich weiß nicht was das schon wieder finde kacke ist ich bin schon wieder auf kann ich schon wieder bei den anderen woche talk ich mit dem gefühl immer irgendwas ist immer dann brennt der router dann ist der master wieder von meiner tür also irgendwas immer der master davis kommt immer gerne persönlich vorbei dann war es das wieder komplett heute hier hallo 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 sei doch da lebt ihr noch lebt ihr noch ich habe gar nichts mehr im chat hier lebte noch leute oder da ist schon tot ich sehe nämlich hier gerade gar nichts mehr kack doch bitte nicht ab 1 in 1 was ist denn das für ein dreck klebe ja moin ja moin lex ja wenn sich denn hier wieder denkt hier heute ja abpacken zu müssen da sind das hier zum heulen vielleicht liegt am level komm ja auch nicht so weiter irgendwie okay dauert hier ewigkeiten boah endlich 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 der chat ist ja hier wirst du sofort getroffen was sind das oder ne ne sorry was ist das denn du wirst sofort getroffen und kriegst hier kein pilz oder was ne die ist mir zu belastend tut mir leid ne das geht ja gar nicht da hättest du jetzt ein checkpoint machen können das geht ja gar nicht kann man mit unterstützung auch in deine was für eine leiste du meinst das freundesliste ähm kannst du mir eine anfrage mal senden ja eigentlich nicht also du kommst natürlich trotzdem tödisch rein aber keiner sagt dass du halt bleiben tut also aden tue ich potenziell jeden wenn man halt zu tun oder so spielen aber halt bei mauer maker brauchst du mich ja nicht auf der liste ne weil bei mauer maker kann man ja gar nicht mit freunden spielen schlimmacher lag als im multiplayer online ja ja genau die beschreibung ist auch bubble warum komplett rip warum deswegen läuft doch wieder oder ich meine der läuft ich lebe noch das ist gut war kurz weg wollen zurück ok ähm ich wollte es eigentlich noch mal kurz online spielen aber da das ist ein ein bisschen instabil ist wir hatten schon ein bisschen online gespielt heute wir hatten schon ein bisschen online gespielt heute da es gerade ein bisschen instabil ist würde ich eher nochmal ein level spielen das ist glaube ich sinnvoller als da jetzt online zu gehen mit lieber nicht so autisten sohn wir jetzt dran mit einem mario boss u level bist du da melde dich einmal kurz ok ich meine die vom level wieso was ist denn da deine einsendung für den aktuellen mauer maker 2 stream wo ist das problem ich sehe wir haben wieder vip level das machen wir auch noch gleich wir haben neue vip level leute schön ne äh der autisten sonst anscheinend nicht da ok pius aber es bringt kaum wenn man jetzt die levels einseiten nur wenn du die neuesten an dem so nicht die älter ja wir haben ja viele level ne lux grüß dich so vip level ähm gamer 30 du hast doch noch ein level für mich ich dachte du hast jetzt keine mehr ok was hast du denn da wieder gebaut spiele auch jetzt deine level nice hau rein und wünsch dir viel spaß bei den level sind sehr sehr krassen level auf jeden fall und immer schön liken ne genau wie das team leute habt ihr schon den stream geliked ist gerne da hoch da so 31 h 8 m h ok was ja ja moin das ist schon richtig germatau du kannst du da gar nichts dein code ist falsch dein code ist falsch junge was kannst du eigentlich gut dann kommt erstmal das level von torxos bist du noch da auch ein vip level melde dich mal kurz doktor ne weißt bescheid melde dich j ja germatau dein level ist ja nicht zu ende ne aber das ist die strafe wenn man nicht sofort richtig schreiben tut dann kommt dein level halt später dran ne heisst du bescheid so wie es jetzt hier hartes leben ne ja ja hartes leben so da ist jetzt mal er dran bis der germatau das hat bin ich bestimmt schon fertig mit dem level ne ich bestimmt schon fertig so j w d w das ist ein code ey wdg ja wunderbar das gilt wenigstens und toddy du kommst dann gleich dran du weißt bescheid kommst du gleich dran so äh geilster titel auf jeden fall ne ah willst du mich dein ernst jetzt oh jetzt hab ich b gedruckt ne ich kipp um ey hmm belastend sehr 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 belastend sogar sehr sehr doll belastend ja so geisterhaus los geht's was warst uns da schöne peach ähm haare erstmal draußen direkt ins geisterhaus ok hab ein level eingesendet mache noch eins zum einsenden liebe dich dankeschön buch kreis und da unten ist eine tür ok da kommen wir wahrscheinlich später irgendwann raus ja bitte nur ein level einsenden genau achso hier sehr gut naja 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 sehr sehr gut hast du sehr gut gemacht wie konnte das passieren ich geh jetzt glaube ich dahin mach jetzt mal hä 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 das könnte überhaupt sein ey Uo ja mh Doppel uf alter ja manoh Alles sehr, sehr belastet heute hier. Was ist denn da los, ey? Ja, super. Dann holen wir den Pilz halt so. Ähm, ich geh mal da hoch. Okay, jetzt da rein. Und zwar jetzt. Bam! Ah, immer diese Beruf-Kreise. Ich finde die ein bisschen nervig. Weil wieder ein Element, wo man halt zwei Stunden warten muss. Trampolin. Das brauche ich nicht. Ich komme da auch so hoch. Das brauche ich nicht. Ah ja. Interessanter Level-Aufbau bisher. Was ist das hier für ein Ding? Was ist das denn? Ja, moin. Super. Oh Gott. Oh Gott. Keine Ahnung, was das jetzt sein sollte. Mach den Toad-Sound. Bitteschön. Toadie. Oh, das ist das Ziel. Ja, moin. Wenn man dein Skill sieht, dann ist das Ende der Welt da. Nein, ich habe es geschafft, Leute. Habt ihr gerade mein Level eingesendet, was bisher noch niemand geschafft hat. Kann aber dauern. Ob das heute noch drankommt, kann ich dir nicht garantieren. Ja, war ganz nett. Kann man machen. Kann man machen. Habt ihr einen Velcro in diesem Level? Läuft bei dir? Eins verstehe ich nicht. Wieso gibt es eine Anfangsphase mit einer Tür, die man zu einer Röhre gelangt, anstatt die Röhre einfach so am Anfang zu platzieren? Ja, oder auch die Zähne Yassi mit der Tür da am Anfang mit dem Block da, wo die Ranke rauskommt. Ja, am Anfang, ne? War auch ein bisschen unnötig. Okay, geschafft. So, Gamer Toad, ne? Was war jetzt dein Problem? Woran lag's? Ich weiß es gerade nicht mehr. Was war falsch an deiner ID? Schreib's mir nochmal. Kurz. Ja. Pius, mach den Pius-Sound. Was für ein Pius-Sound? So, Gamer Toad. Hau raus. Was war falsch? Was war falsch? 8 Mg, nicht 8 Mh. Also ein G. Ähm. Wo ist er denn? Da. Da ist er. Ähm. P. C. 2. 81. 80. H. 8. M. G. Was? Das hat er jetzt schon wieder gemacht, ey. Ach Gott. Ach Gott. Alles wird gut. Na endlich. Na endlich. Galaxy, moin. Das Farbende ist sehr interessant. Sag mal so. Jetzt komme ich. Habe ich den Multiplayer verpasst? Ich habe ein bisschen am Anfang gespielt und in der Mitte ein bisschen und wir werden auch gleich wieder ein bisschen Multiplayer spielen. Also immer ein bisschen zwischendurch zu ein paar Level, weißt du? Eure Level und dazwischen immer so ein paar Multiplayer Level. So habe ich mir das ein bisschen vorgestellt. Und so machen wir das auch. Immer mal ein bisschen wechseln. Da gerade, da das Internet gerade ein bisschen instabil war eben, habe ich erstmal den Multiplayer Teil kurz ausgelassen, da ich so nicht spielen will online, ist ja wohl klar. Allein schon für die anderen Spieler, das ist ja eine. Ja, moin. Kann man da vielleicht sogar einen Beinsprung machen? Na, ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht. Am besten war ich so. Bam! Skillig! Wann kommt immer das Update zum Freude-Multiplayer? Das freut mich auch, Yasin. Wo bin ich? Da bin ich. Oh Gott. Oh, willst du mich verarschen? Willst du mich komplett verarschen, Gamer Toad? Wie macht man das Thumbnail? Ähm. In dem Moment, wo du gerade bist und dann speichern tust beim Levelbau, das ist das Thumbnail. Also angenommen, du bist jetzt hier beim Level, was du gebaut hast und druckst dann Plus und dann auf Speichern, ne? Dann wird das hier das Thumbnail. So läuft das. Der Typ will mich richtig abkassieren, ne? Ach du Scheiße. Spiegelverkehr, das ist easy. Ja, für den Levelbau ist alles easy. Der hat sich auch hundertmal geübt. Ich übe das aber nicht hundertmal. Oh Jesus. Alter. Ich finde das megaschwer. Ich weiß nicht. Das hat natürlich auch jeder ein anderes Empfinden. Aber ich kann halt so Spiegelfrakett überhaupt nicht spielen, ne? So überhaupt nicht, ne? Das ist halt einfach zu viel für mich. Hi! Das war zu viel für mich. Ähm, Suggi-Tar. Dankeschön fürs Abonnieren. Willkommen bei den Toads. Grüß dich. Willkommen. Am skiligsten Toad Deutschlands. Oh Gott. Als ob da kein Pilz ist, ey. Ja, und jetzt? Ja, Moin. Ja, Moin. Ich hatte eher später Probleme. Ah ja. Klingt sehr motivierend. Ah ja. So, komm raus, du Stachy. Das war ein schöner Abgang. Was ist dein Baustil in Mamanca? Ich baue gerne klassische Level oder halt so Challenge-Level. Hab bisher keinen Speedrun-Level gebaut und auch, ähm, keine unfairen Level. Also meine... Ah ja. Meine Level sind alle fair, würde ich sagen. Ja. So, gut, das... Skilig. Gut, das, ähm, Bulli-Level. Das zweite ist jetzt, ähm... Ja, jetzt im Nachhinein hätte ich es ein bisschen anders gebaut noch. Aber kann man schon machen. Jetzt läuft hier einfach gar nichts mehr. Jetzt läuft hier einfach gar nichts mehr. Belastend. Toadie freut sich noch. Ich jetzt gerade nicht. Oh, das ist doch ein Ernst, ey. Ja, ich kenne der Game-Arts-Level, ne? Alle so eine Belastung in meinem Leben. Gebt mir doch einen Pilz, Alter. Gebt mir doch einen Pilz. Gebt mir doch einen Pilz. So. Warten, warten, warten. Okay. Gut. Hey, konnte es jetzt kommen? Moin, wait tonight for you. Grüß dich. Guten Abend hier. Willkommen im Stream. Okay. Ah ja. Ah ja. Ah ja. Ah ja. Das war Betrug. Das war Betrug. Betrug. Mann. Alles Beschiss hier. Ich glaube, das Level wird nichts. Habe ich so den... Habe ich so den leisen Eindruck, dass das hier nichts wird. Ne. Game-Arts-Level ist immer sehr belastend im Leben. Ja. Immer eine hohe Belastung. Yeah. Mann, Omega 2. Haha. Lustig. Ne, ich warte lieber. Auf die nächste deutsche Bahn. Okay. Immerhin ist die Steuerung nicht verkehrt. Das wär's ja noch, ne. Wenn ich jetzt nach, ähm... Links drücken würde und er nach rechts geht. Das wär's ja noch, ey. Zum Glück ist das nicht so. Okay. Ei, 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 ei. Ich lebe noch, Leute. Ich bin weiter. Daumen hoch, Leute. Ich mag dich. Dein Skill auch. Ich leite dich immer weiter. Du magst auch die Figur, Bauzett. Ich leite dich immer weiter. Wo leidest du mich denn weiter? Auf jeden Fall. Dankeschön. Würdest du eher die gesamte Menschheit ausrotten oder alle Toads? Da Toads bestimmt nicht ihren Planeten zerstören würden, nehme ich die Toads. Also als nicht ausrotten. Die Toads müssen bleiben. Gerade wenn ich so sehe, was es so für gekloppte Leute gibt, würde ich definitiv die Toads nehmen. Weil die leben alle friedlich. Da gibt es keine Toads, die sich gegenseitig, ähm... Bekriegen oder ermorden. Na, bekriegen ist auch ermorden. Deswegen würde ich definitiv die Toads nehmen. Was ist das? Das ist schon wieder von einem gekrankten Scheiß... Ne, kein Bock. Obwohl, er war im Checkpoint. Ich gebe dem da wieder noch eine Chance. Leck. Eigentlich nicht. Der müsste jetzt bei dir gewesen sein. Das sehe ich nämlich bei OBS. Und da war eigentlich... Das kann ich nicht riechen. Logolike is back. Willkommen zurück, mein Lieber. Und diesen schönen Dienstagabend. Okay. Bam. Ich labere nur Toten. Das glaube ich auch, ey. Natürlich. Natürlich. Es gibt ein Tischtennis-Level im Online-Modus. Ja, nicht nur eins. Die gab es schon in Maumaker 1. Dieses... Was war das? This is nothing special, ne? Oh, nö! Hallo! Alter, was ist denn heute wieder los, ey? So in der Dreck, Mist. Boah, eins in eins. Ne, die können wir auch aufregen, ey. In dem Saftladen, ey. Größtenteils geht's, ne? Es ist halt immer ein bisschen uninstabil heute. Tut mir leid, Leute. Ich kann da nicht so viel machen. Natürlich kann ich meinen Router neu starten. Aber das ist wie ein Gans weg. Ja, jetzt hat es sich wieder gefangen bei mir zumindest. Deswegen mach ich jetzt auch weiter. Ich kann da halt schlecht was ändern. Zumindest heute nicht. Heute kann ich da schlecht... Schlecht was ändern. Das ist ein bisschen doof. Eine Skala von 1 bis 100. Wie findest du mal Odyssey? Ja, keine Ahnung. 1 in 1 macht auch fast abends nur Probleme. Hast du auch 1 in 1, oder wird? Ist immer nur kurz. Ja, ich weiß. Immer nur ganz kurz. Ich weiß auch nicht, was das ist, ey. Ganz komisch, ey. Ganz, ganz komisch. Was ist das denn? Zweiter Checkpoint. Ehre. Okay, das ist keine Ehre. Geht wieder, aber Telekom ist auch nicht besser. Ja, alles. Deutsch, Internet, ne. Da musst du los... Ey, hier muss ich auch los. Was ist das denn, ey? Hi, Pews. Hallo, Lars. Grüß dich. Alter. Willst du mich eigentlich abkassieren? Das könnte hart werden, ja? Ja? Ich muss so lange warten, bis der losgeht, Leute. 2 plus 2 regelt. Ey! Ja. Kiki! Och, komm. Warum kackt der dauernd ab, ey? Dann machen wir nicht mehr so lange. Ich wollte eigentlich noch ein länger swim, aber... Das ist doof. Dauernd stürzt das eben kurz ein. Die, die, die Geschwindigkeit. Ach, der kann da gar nicht weiter? What? Der kann... Ach, lo. Ich dachte, er geht da so weiter. Und ich muss dann wieder auf den rauf, dachte ich. Weißt du, wisst ihr? Aber nee. Ach, das ist das Ziel. Bam! Leute, wir haben ein Gamertode-Level geschafft. Wir haben ein Gamertode-Level geschafft, Leute. Ich bin so skillig. Ich gucke jetzt mal einen eigenen Zimmer und mein Handy an. Aktuell läuft's. Aber so will ich nicht online spielen. Das ist das Problem, ey. Ja, hab ich jetzt erst gesehen, Yassin. Ich hör aber blind auf beiden Augen. Okay. So. Geschafft. Yeah. Hey. Ich hab mal eine Frage. Pius, hast du grad gewaitet oder so? Nee, warum? Mit nem Stream nicht. Haben schon mal nen Wait gemacht, ne? Schon Ewigkeiten her, glaub ich. Reggie-Boy, erstmal grüß dich. Moin. Hatte keinen Bock, das weiterzubauen. Alles klar. Es gibt auch ein Wii-Spiel-Sports-Level. Okay. Wie soll das aussehen? Hm. Hängt. Grad nicht. Jetzt Multiplayer. Ja, Yassin. Wenn das Internet grad so instabil ist, will ich eigentlich nicht Multiplayer spielen. Das ist das Problem, ey. Ich bin ja schon froh, wenn das überhaupt mal läuft, ne? Da will ich grad mit so einer Kack-Scheiße da nicht rein, eigentlich. Ich guck mal grad, was da los ist. Ich geh mal kurz auf meine Fritzbox-Webseite. Jeder Router hat eine eigene Webseite. Wenn man nur was guckt, was da los ist, ey. Mal ganz kurz gucken hier. Gucke, gucke machen. Was ist da los? Ob ich da irgendwas sehen kann oder so? Welche Abbrüche oder so? Weil das Internet ist ja nicht weg, sondern einfach nur langsam. Aus irgendeinem Grund. Die Geschwindigkeit, die stürzt immer so ein bisschen ein. Hm. Was ist da los? Was ist da los? Hm. Also auf der Website ist alles normal. Hm. Da steht, ähm, 49.000 Kabels und 12.000 Kabels Upload. Also sogar 2.000 mehr, als wir gebucht haben. Und trotzdem, weißt du? Da steht 2.000 mehr. Und trotzdem kackt das hier ab heute. Hm. Komische Sache auf jeden Fall. Ganz, ganz komisch. Gerade war ich bei jemand anderem im Stream und da hat jemand über mich, dich, Louis Gamertout, gelästert. Und ich hab mich nur gefragt, könnt ihr mich riechen oder so? Wer ist das? Gib mir mal ganz schnell den Namen. Das will ich jetzt wissen. Das will ich jetzt wissen. Gib mir den Namen. Hau rein. Das will ich jetzt wissen. Da hab ich jetzt geil drauf. Da hab ich jetzt geil drauf, Leute. Das will ich jetzt wissen. Sag uns, hau raus. Das will ich jetzt sehen. Komm, Louis Gamertout, hau raus. Komm. Ich werd noch richtig spannend hier, Leute. Bleiben sie dran. Und spielt meine Level. Ach so. Nein, der Streamer selber nicht, jemand im Stream. Ach, schade, ey. Schade. Ich dachte, es gibt einen neuen Beef oder so. Hab ja damals im letzten Jahr. Keine Ahnung, da war ja dauernd irgendwas, ne. Dauernd war da irgendwas los, ey. Ach, das war auch lustig, ey. Und die ganze Zeit los, hau raus. Komm, sag uns. Ich lass ihn. Ganz schnell. Oh Mann, bitte. Was ist das 1 in 1? Kackt an hier, ey. Hickt mich auf, hier, der Kack. Warum funks nittert nicht so, wie das soll. Aber Leute, ey. Warum ist das so scheiße instabil? Wie sieht denn das denn Video aus? Bleibt so da stehen, glaub ich, ne? Oder? Gibt das? Ich weiß nicht, ob ich so weiter machen soll. Aus irgendeinem Grund stürzt es heute dauernd ab. Vielleicht, ob ich da noch was machen soll heute. Ich weiß nicht, ob das so noch Sinn macht heute. Marvin, grüßt dich. Ja, ja, Islan, ja, ja. Äh. Hm. Ich weiß es nicht. Auch noch ein bisschen probieren, Leute. Ja, können wir machen, ne. Oder? Soll ich mal weitermachen, weil heute ist Schluss, Mann. Hörst nicht. Ist auch ein bisschen nervig so, ne. Hm. Hm. Mach weiter, weil er hat nicht hoch. Ja, denn, wenn nicht hoch, denn, ja. Pff. Nee, ich bin nicht online. Nee, nee. In der Stream schon abkackt, denn lass mir das, ey. Uff. Uff. Das ist ein bisschen doof. Ja, da haben wir noch ein paar Level, Leute. Ein paar Level machen wir noch. Start, 97. Nee. Um, 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 fast 0 Uhr mache ich jetzt kein 9. Nee, nee. Allerdings, wir machen Schlusswort und wir machen noch weiter. Mach weiter, okay. Also, das stürzt dauernd ab hier. Ich schwimme schon wieder auch im roten Bereich. Darf jetzt mich ja nicht verarschen, ey. Ja, 0. Ja, wahrscheinlich. Ja, natürlich. Hm. Hm. Ja. Jetzt geht gar nichts mehr. Ja, moin. Alter, wirst du mich komplett abkassieren? Boah. Nee. Äh. Pff. Geht nicht. Dauernd stürzt das ein. Ich weiß nicht, woran es liegt. Das Internet ist ja da, ne? Das ist ja irgendwie da, aber dauernd bricht das ein. Boah, Leute. Das ist, das ist echt kacke. Das ist echt kacke, ey. Das belastet einen sehr. Einzeneis macht keine Toads. Ja. Irgendwie schon. Pff. Mach Speedtest. Ja, ich mach mal ein... Was hab ich gerade gesagt? Speedtest. Machen wir mal kurz. Warum nicht kackt sie nicht komplett ein? Aber schlimmer als fast gar nicht, geht ja nicht, ne? Guck mal ganz kurz. Uff. Ähm. Ich mach gerade einen Speedtest, Neo. Ja, moin. Ha. Ja, moin. Ja, moin. Ja, moin. Ja, der Speedtest, ähm... Sagt mir, ich hab gerade einen Upload von 2 MB. Ich streame aber mit 5 MB. Also, eine Differenz von 3 MB, die gerade irgendwie nicht da sind. Deswegen lagts. Das ist das Problem. Und das Ding ist auch, das schwankt wie die letzte Mist. Von 3 MB bis zu 0. Leute, das macht, glaube ich, heute so keinen Sinn mehr. Irgendwie. Weil das ist ja auch kacke, wenn der Dauntier... Wie kann man mit einem Level irgendwie... Dauntier die Verbindung weg ist. Das macht, glaube ich, heute nicht mehr so viel Sinn. Leider. Ne, wenn es halt wirklich alle 30 Sekunden irgendwie so einbricht, dann ist das irgendwie blöd. Dann machen wir da weiter, weiter... Machen wir da morgen weiter, denke ich. Du könntest mal ganz kurz abwarten. Ich seh keinen Leck. Ja, aber ich seh's bei mir die ganze Zeit. Oder? Ich hab eine 50K-Leitung. Ich guck mal meinen eigenen Stream gerade mal an. Auf jeden Fall ist der Upload gerade mega... Broken. Nicht der Download, der Upload. Den brauchst du halt für ins Stream, ne? Hm. Puh. Ja, ich guck mal kurz meinen eigenen Stream an. Ja, das ist gerade alles ein bisschen doof, ne? Alles ein bisschen doof. Wie lange streamen wir schon? Ja, zweieinhalb Stunden ist das schon eine ganz nette Zeit eigentlich, ne? Um 21 Uhr haben wir angefangen. Ist schon sehr stabil eigentlich, ne? Leck gerade nicht mehr. Ich warte jetzt mal ganz kurz ein bisschen ab, Leute. Wie wir da jetzt weiter verfahren. Dann gucken wir mal. Weil instabil ist ja richtig kacke, ne? Ich seh aber OBS immer und YouTube zeigt mir schwache Videoausgabe an. Deswegen, äh... Kannst du sagen, wann du streamst? Ich denke, morgen... Mal gucken. Nachmittag, abends halt meistens, ne? Nachmittag, abends halt meistens. So. Ähm... Jetzt ist wieder grün bei YouTube. Gute Sache. Ich würde sagen, wir probieren nochmal ein Level. Ja. Wir gucken nochmal. Vielleicht klappt es jetzt wieder. Keine Ahnung. Wieder sehr ärgerlich auf jeden Fall. So. Ähm... Jetzt wäre das Level von Poker Phase dran. Bist du da? Wenn ja, melde dich einmal kurz. Morgen, weil... Hab morgen Schule und möchte es noch sehen. Wann du streams? Ja, genau kann ich dir noch nicht sagen. Ihr seht das meistens immer in der Abo-Box. So... Eine Stunde bis zwei Stunden vorher. Könnt ihr das meistens in der Abo-Box sehen. Und dann könnt ihr das ein bisschen... Einschätzen und sehen. Ähm... Ja. Ob ihr Zeit habt oder nicht, ne? War gerade nochmal bei dem Stream. Und der Streamer selbst hat sogar... Nichts gegen dich. Einmal warst du wohl angeblich in seinem Stream und hast ihn sogar abonniert. Okay. Ja. Nur zu wissen. So, ähm... Wen habe ich denn gerade aufgerufen? Poker Phase. Er ist anscheinend nicht da. Sieht das richtig? Dann wäre jetzt der coole Toad dran. Bist du da? Hau rein. Swim ist 0. Können wir machen. Wenn es läuft, dann machen wir es. Gerne. Jo. Wenn es läuft, dann können wir das machen. Jo. Jetzt ist ja gerade alles wieder im grünen Bereich. Pius, Swim, morgen zweimal, dann kann ich dir zwei Level einsenden. Ne, zweimal am Tag eigentlich nicht. Dein Level ist noch nicht drangekommen. Ah, da sehe ich es. Das kommt gleich. Kommt gleich. Der coole Toad ist da. Nice. So. Ähm... K... P... Ne. K... R... X. K... 2... 2... 3... 43... G. Nice. So. Eine mittlere Schwierigkeit. Ah, ja. So. Ich war gerade Feuerwerk bei Routenfest in Ravensburg. Ah, ja. War es denn schön? Bowsers Castle, Leute. Wann kommt mein Level? Das kann ich jetzt für alle nicht sagen. Denn würde ich nur noch solche Ansagen machen, wenn das nächste Level kommt. Also mal gucken, ne, Leute. Und Milo, dein ID bitte im Streamer denn? Aber, da heute noch sehr viele Einsendungen sind, wird dein Level wahrscheinlich nicht dran kommen. Aber, falls du neu bist, abonniere gerne den Kanal. Dann verpasst du keinen weiteren Mauerwecker 2 Stream, wo dann dein Level dran kommen kann, wenn du rechtzeitig da bist. Dann verpasst du mal lieber auf Eva. Hi, willkommen hier im Stream. So. Letztes Level Design. Kann ich nur so zurückgeben, wie der Kommentator das sagt hier, also der Kommentarschreiber. Level Design ist sehr einladend, ja. Sehr schön. Die Flammen mit Münzen markiert, würde ich mal so sagen. Oder halt einfach die Sprünge, würde ich... Ja, die Sprünge. Trotzdem lasse ich mich treffen. So, nochmal ganz kurz im Chat hier gucken. Wann kommt mein Level? Ich habe für den Sommer einen Handventilator. Eier. Eier. Oh. Kranken Items. Elchenpilz. Gut. Da hat man schon einen Pilz. Ich glaube nicht, ne? Doch, einen Pilz hat man schon. Rennen! Oh, oh. Oh, nee. Okay. Wir schaffen das, Leute. Skillig. Skill ist immer vorhanden. Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Gut. Oh, oh. Perfekte Sprünge heute hier vom Toadie. So und nicht anders. Ganz ruhig. Wir wollen das schaffen. Wow. Okay, da links ist die Schlüsseltür. Gute Nacht und gute Nacht gehe schlafen. Kannst du noch einmal bitte den Toad zu machen? Aber sicher doch. Gute Nacht, hau rein. Schlaf schön. So, da ist ein Bosskampf. Aber dafür brauchen wir einen Sparf. Hier brauchen wir die drei Red Coins. Okay. Und die gibt es wahrscheinlich hier. Erstmal ein Checkpoint. Gute Sache. Ah ja, an jeder Tür. Ah ja. Macht Sinn. Ich mag keine Milch. Nicht mal Toadmilch. Es gibt Toadmilch. Was für eine Toadmilch soll das sein? Oh Gott. Gut, hier machen wir kurz eine Rest. Und weiter geht's. Nein. Oh. Gerade zu hoch gekommen. Ui. Kritisch. Sehr kritisch. Hier kommen die Stachelsäune anscheinend gar nicht erst nach oben. Weil sie nicht im Screen sind. Interessant. 10er Coin und die erste Red Coin. Ich möchte den Whip-Sound hören. Dann musst du VIP werden, Neo. Für 1,99. Bist du am Button. Bist du dabei? Genau. VIP-Find 2,99. Leute, gehört euch. Oh. Alter. Willst du mich komplett abkassieren? Das war ja gerade mal mega knapp. Hilfe. Okay, alles wird gut. Es gibt hier kein Checkpoint-System. Also aufpassen, Toad. Wenn wir einmal sterben, dürfen wir alle Räume nochmal machen. Das will ich nicht. Red Coins 2 von 3. Kommen gut voran. Aber es ist sehr gefährlich hier. Und wir müssen wieder denselben Rückweg nehmen. Na super. Oh, Hilfe. Oh Gott. Ich glaube, ich bin safe. Oh Gott. Oh, ich warte mal ganz kurz. Ja. Bin ich safe? Oh Gott. Oh, das ist sehr gefährlich hier. Und ab durch die Tür, Leute. Jetzt haben wir auch noch Zeitdruck. Da waren wir noch nicht, ne? Ich habe vorhin Paul in Smash zerstört. Alter, ich kann nicht mehr reden, Alter. Sprachenlehrer. In Smash zerstört. Gute Sache. Oh nö. Mein Lieblingsspiel-Element. Die On-Off-Blöcke mit Gegnern, die ich ins Ziel bringen muss. Richtig nice. Gut. Cooper macht deinen Job. Das ist bisher sehr einfach. Ja, passt. Und Paul zerstört das mal eine gute Sache. Okay. Je. Pius macht den Pius. Bitteschön. Pius. Der Pius muss aber jetzt ins Ziel, Leute. Wir haben keine Zeit mehr. Wir haben keine Zeit mehr. Wo ist denn jetzt die scheiß Schlüsseltür? Oh nein. Bosskampf. Oh. Es gibt zum Glück. Es gibt ein Checkpoint. Zum Glück. Ähm. Hallo? Willst du es eigentlich noch schaffen? Willst du mich verarschen? Oh nö. Kann doch nicht durch. Ja, dann können wir es ja noch vergessen. Dann können wir es ja noch vergessen in der Zeit. Bau mal ein On-Off-Level. Du kannst gut Level bauen. Dankeschön. Das freut mich. Ja, aber so ein ganzes Level nicht. Dann halt immer so ein bisschen mit einbauen, ne? Würde ich sagen. Okay. Jetzt haben wir genug Zeit, das abzuschließen. Nettes Level. Gefällt mir. So, und durch. Jetzt nicht vom Bowser treffen lassen. Tja. Lustig. Pews. Du bist so lustig. Tja. Komplett zerstört. Möppi. Grüß dich. Willkommen hier im Stream. Lange nicht mehr gesehen. Moin. Bist du inzwischen auch schon vier Monate VIP? Ehre. Dankeschön auf jeden Fall und willkommen. Inzwischen gibt es, ist deine VIP-Rolle King Toad. Ja, Mann. Grüß dich. So, okay. Ehre. Jetzt müssen wir ihn noch besiegen. Wir müssen Feuerblumen Toad behalten. Da haben wir nämlich drei Treffer gleichzeitig. Das ist sehr geil. Und dann geht das ganz schnell. Und Ziel. Nice. Und Schnelli TT. Moin. Und Caddix 2. Moin. 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 So. Daumen hoch. Gefällt mir. Moin. 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 LoidoFS YouTube. Bist noch da, wenn ja, ist jetzt dein Level dran. Ein Super Mario World Level. Ja, Mann. Ja, Mann. Erstmal was trinken, Leute. Ein bisschen Apfelschorle. Immer wieder schön. Immer wieder schön. Okay, er ist da. Ja, wunderbar. So, Mario World. M, H, G, S, D, H, W, J, Y, das habe ich mir am J immerhin. Okay. Wunderbar. So. Was ist das denn? Super Mario 64. Musiklevel? Okay. Okay. P.U.s anscheinend waren Fake-Accounts von mir dort, haben beleidigt, gedisliked und über uns gelästert. Okay. Interessant. Und dann die anderen weiter vorankommen als du selbst. Boah, wie ich es hasse, wenn man im Gegeneinander-Modus in einem Level versucht, Rätsel zu knacken, denn... Ja. Ja. Ja, was ich nicht kenne, ich kenne es. TT im Namen, Ehre. Gönnt euch gerne TT in eurem Namen, Leute. Da steht nämlich für Hashtag Team Toad, unseren Community-Namen. Gönnt euch gerne TT in eurem Switch-Namen oder auf YouTube. Immer wieder gern gesehen, Leute. TT Team Toad. Oh, mal auf 64-Musik. Sehr, sehr schön. Endlich mal ein Schild-Level. Oh, krass. So, eigentlich wären wir gestorben, aber das Spiel ist im Gönner-Modus heute. Nächste Musik. Tschüss, Diamant. Hau rein. So, hört mal genau hin, Leute. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schöne Musik. Yeah. Ich weiß bis heute, wie man das so machen tut. Also, klar, mit den Notenblöcken, aber ich selber kann sowas einfach mal so gar nicht bauen. So, überhaupt nicht. Absolut nicht. Deswegen Ehre und sowas von Like. Ist ja klar, Gild schlafen, aber ich habe schon gesagt. Naja, ja, 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 oh, 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 oh. Ah, so, Leute. Ich will noch mal ein bisschen leiden, Leute. Und da das Internet jetzt wieder ein bisschen geht, gönnen wir uns noch mal ein bisschen vernetztes Spielen. Yeah. Noch mal ein bisschen cringe, Leute. Ein bisschen vernetztes Spielen gegeneinander. Haben wir ja geplant gehabt, Leute, Leute. Und wir gucken rein, ob wir jetzt sehr viel Spaß haben. Vor allem, ich komme am Ende des Levels an und dann sterbe ich so unfair. Direkt kommt der Gegner und schafft es natürlich Yassin. Sowas habe ich schon so, so oft gesehen. Gämmertort, können wir so auch, ne? Kannst reinkommen, wenn du Glück hast. Er rein, das hier als Katzen-Mario. Ich bin aber nur UG. Voll der Spielfehler eigentlich, lol. Das ist eigentlich voll echter Fehler. Oh Gott. Ich kann es nicht mal auf meine Mitspieler schieben, das Internet, weil meins ist auch noch nicht so geil. Aber das ist natürlich wieder richtig geil hier. Ja, moin. Ja, moin. Im Block ist locker eine Katzen-Glocke und die brauchen wir ja, ne? Die hauen das bestimmt alle in die Röre ab, kann das? Ne, die sind alle schlau. Ja, komm, gönn mir. Ehre. 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 Hä? Ich dachte gerade, Mario hat meine Katzen-Glocke geklaut, ne? Tony, jetzt kriegt er keine mehr. Ach doch, kriegt er noch. Okay. Ähm, wo muss ich hin? Gott, was ist das schon wieder für ein Trash? Aber Toilette hat keine Katzen-Glocke, ne? Okay, da ist sie falsch. Da ist sie falsch. Wir gehen nach unten, Leute. Oh Gott. Oh Gottchen. Geh doch da durch. Oh, sind wir da richtig? Es sieht nicht schlecht aus. Oh. Was ist das für ein Level, ey? Hilfe. Wie ist dein Freundescode? Den brauchst du gerade nicht, da ich ja eh nicht mit euch spielen kann in Mario Maker 2. Deswegen brauchst du den gerade nicht unterbauen. Und meine Liste ist auch mal sehr, sehr voll. Leider. Man kann ja leider nur dann halt Freunde haben. Und die ist nun mal ganz schnell voll, wenn man halt viele Leute kennt und die dich kennen. Kann ich da stehen? Okay. Leute, wir haben das Ziel gleich. Wir haben das Ziel gleich. Ist das unser erster Sieg heute? Lol. Hoffentlich kommt jetzt keiner von oben. Okay, dann kommt. Man kann nicht von oben kommen. Gut. Wir haben gewonnen, Leute. Yeah. Der erste Sieg heute. Ja. Sehr, sehr schön. Schön. Yeah. Sehr, sehr nice. Daumen hoch, Leute. Für diesen Skill. Junge, Mario ist richtig doof, ne? Und die Katzenglocke kann er nicht hinziehen. Ist ja ihm schon klar, ne? Da ist der Toadie. Stößt noch an der Wand an. Und ist jetzt ganz traurig. Oh, armer Toadie. Ey, wie? Ey, das ist doch ganz einfach. Warum wie? Das ist doch voll leicht. Was ist das Problem? Ich esse ja gerade Grillfleisch. Na, richtig geil. Der Püter Toad. Bye. Und distuddled toxic. Auch hau rein. Oh, ja. Gute Nacht, Leute. Haben gewonnen, Leute. Yeah. Ja, ja. Ja. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Ist jetzt kein Meisterwerk, aber war nicht komplett scheiße. Endlich gewonnen. Ja, Mann. Da will ich gleich noch eine Runde spielen. Endlich mal ein bisschen gewonnen hier, ey. Keine Ahnung, die war, aber, nee. Du, 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 du. Ich gehe nicht, wollte mich nur... Achso. Das ist gut. Du bleibst so treu. Ja, Mann. Ja, Mann. So, diesmal ist Toad, Leute. Nice. Wir werden jetzt die Toad-Ähre verteidigen. Aha. Und siegen. Bin sehr gespannt, wie das Level jetzt ist und wie die Verbindung ist. Okay. Verbindung ist... Sehr geil. Sehr, sehr geil. Joa. Joa. Ey. Ich war gerade vorne. In Zeitlupe. In Zeitlupe. Ich weiß halt nicht mal, wann der jetzt an der Wand ankommt, ne? Das ist ja mega kacke. Junge. Nimm mich mit, Toad. Als ob. Das ist nicht faszin, ne? Kein Kommentar. Alter, der Luigi da oben. Ich könnte wieder durchdrehen, Alter. Was ist das denn, ey? Was für gegeneinander, Junge. Geh nach Hause. Wenn das gegeneinander war, dann ist meine Oma hier eine neue Weltmeister, eine Level bauen, ey. Boah. Uff. Kein Kommentar, ey. Schreib, wenn du drückst, dann komm hier die Runde. Achso, ja, das habe ich vergessen jetzt. Okay, beim nächsten Mal. Wie viel hat Big Total kostet? Ich glaube 30 Euro. Im Verhältnis ganz günst. Nee, nee. Ich hab da halt nur 20 gekostet. Ich glaube, der hat nur 20 gekostet. Das war ein mega geiles Angebot. Also ein kleiner Toad, also mein iPad oder mein Manfred, der kostet schon 15 Euro bei Saturn. Ich glaube, der hat nur 20 gekostet. Deswegen habe ich das richtig gefeiert, ne? Ich fand den, wo ich den gesehen habe, ich wusste von Anfang an, den musste kaufen. Richtig geiler Toad. Richtig. Vor allem ist er nicht so ein Billigstoff, ne? Nicht so ein Billigstoff, ne? Richtig geile Verarbeitung. Richtig schöner Stoff. Richtig weich und so. Also, Daumen hoch, ne? Auf der Gamescom gekauft, ne? Richtig nice. Also, Big Total, ne? Richtig geiler Typ, ey. Oho. Bin sehr gespannt. Gib mir... Nein! Wie ehrenlos bist du? Alter, wie ehrenlos ist die denn, ey? Stirb... Wow. Und der ist auch ehrenlos, ey. Alle ehrenlos hier. Ja, ich muss da oben. Nice. Da ist der Key, Leute. Geh doch. Bist du eingeschränkt im Denken, Toadie? Nice. Wir sind die einzigen, Leute. Wir sind die einzigen. Oh, nice. Wo kommt der Mario jetzt her? Bam! Bam! Wo in der Gamescom? Natürlich in der Merchhalle. Also, wo du halt den ganzen Stuff kaufen kannst. Es gibt eine Halle, da kannst du kaufen. Und da war es halt natürlich. So, Gamertode. Oder für jeden, der jetzt dabei sein möchte, Leute. Ich schreibe jetzt in den Chat ein Buchstabe. Und dann könnt ihr eventuell rein-joinen. Vielleicht habt ihr ja Glück. Macht euch ready. Geht ins Spiel. Und vielleicht kommt ihr dann in meine Lobby. Macht euer Spiel an. Und dann geht es euch los. Ich denke jetzt mal, was kurz. Und dann, ich schreibe euch ein Buchstabe rein. Dann müsst ihr sofort auf Spielen drucken. Bist du Bescheid. Prost. Äh, natürlich gegeneinander. Gegeneinander. Mauer-Maker 2. Seid ihr ready? Schreibt einfach kurz ready. Dann schreibt, wenn ihr bereit seid. Dann weiß ich Bescheid. Na genau, ja Benza. Arme aus dem Fenster. Ready. Wunderbar. Noch jemand? Ready. Genau. Ja, Mann. Ready. Wunderbar, Leute. Okay. Drei Leute haben es schon mal. Lunox ist auch noch. Wunderbar, okay. So. Buchstabe geht jetzt in den Chat, Leute. Ihr wisst Bescheid. Buchstabe geht jetzt in den Chat und dann sofort drucken. Okay. Bam. Und. Und. Atri. Kennt ich den? Ich glaube, da ist keiner von euch dabei. Schade. Okay. Mario Wars Level. Ei, ei, ei. Äh. Natürlich bin ich der Letzte. Nice. Schade. Schade, ja. Pilz können. Haha. Ähm. Was ist das hier? Was ist das denn? Ja, super, ey. Äh. Luigi, nervt nicht. Nervt doch nicht. Ja, tschüss. Hau rein. Boah. Was da? Was ist da? Muss ich da hin? Ja, anscheinend. Boah, was ist das schon wieder für Level, ey? Geh ganz schnell rein da, Bruder. Nein. 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 Ich bin dran. C, shit. Game of Thrones kauft Diskel. Ah. Ja. Kann man machen. Kann man machen. Boah. Okay, Leute, wir haben nochmal einen neuen Versuch, ne? Levels vom Title-Bildschirm? Echt jetzt? Haha, lol. Okay, neuer Versuch, Leute. Seid ihr ready? Wir machen nochmal einen neuen Try. Ah, wir haben auch so ein Fenster. Warte, warte. Ja, okay. Meine Switch ist nicht mal an. Sie ist leer, okay? Wait. No. Okay. Ah. Wait. Alles klar, Leute. Ich leh mich zurück. Ich hab Zeit. Ja, 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 auch, ne? Ready, okay. Der erste ist schon mal ready hier. Neu kauft die Akku. Hier ist noch jemand ready. Bin ready. Nice. Mr. Tauhler am Start. Super. Wie sieht es aus mit Gerber Tauhler und Yassin? Ready. Gab es den Big Tauhler in der Game of Thrones 2018? Das weiß ich nicht. Ich war da nicht. Ich hab den 2017 gekauft. Und das war der einzige. Er hatte nur einen, der Händler. Wann war ich da? Donnerstag. Äh, nee. Donnerstag. Da war die Messe halt schon zwei Tage alt, ne? Im Wege, dass das war der einzige. In der Größe. Okay, so. Buchstabe. Kommt wieder in den Chat, Leute. Wenn ihr den Buchstaben seht, sofort auf Spielen drucken. Und eben gehen dann an amodus. Okay. So. Du, 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 du. Okay. So, bist du früh. Haben wir die noch dabei? Ah, sieht nicht so aus. Schon wieder dazu. Läuft ihr, Yasin? Ich hab anscheinend wieder keinen von euch. Schade. 3D-Wert-Level. Glaub ich. 1 Toadette. Hat nicht geklappt. Nee, leider nicht. Warte mal. Äh, ey. Der Toad sieht's auch. Der Toad sieht's auch. Ehre. 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 Hallo. Nein. Nein. Oh. Alter. What the fuck? Leute. Dafür lässt ihr alle mit euren Bots-Account von der CDU bitte alle einen Like da. Dankeschön. Alter Schwede. Hui. Uiuiuiui. Uiuiui. Uiuiuiui. Hu. Alter Schwede. Taufe ist mal ein bisschen Apfelsaft. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Noch eine Runde. Jo. Wir machen noch bis 0 Uhr, Leute. Bis 0 Uhr machen wir durch. Ei, ei, ei. Das war geil. Das war geil. Die Spieler mussten ja schon nicht richtig verarscht gefühlt haben, als sie da den normalen Weg gegangen sind. Außer der Toadie. Der war auch schlau. Ja. Der Toadie war auch schlau. Oh, Mann, oh Mann. Das war lustig. So, wer ist alles bereit? Einmal kurz melden. Moment. Okay. Ei, ei, ei. Ready? Okay, Leute. Dann geht's wieder los. Neue Runde. Neues Glück. Okay, wir haben wieder vier Leute, Leute. Hier sind wir dabei. Sieht leider wieder nicht so aus. Schade. Schade, schade, schade. Ja, doof gelaufen. Ei, ei, ei. Okay, Schneelevel Mario Bros. Ist da ein Pilz, Leute? Aber ich geh da nicht hin. Ne. Ich geh weiter. Oder auch nicht. Oder doch. Na, ich weiß nicht. Na, jetzt hab Fan. Ich geh oben weiter. Und in die Röhre. Oh, als ob der da nicht reingeht, ey. Was ist los? Weiß nicht. Oh Gott. Ja. Geil. Richtig geil. Geiles Level auf jeden Fall. Ja, Mann. Gar keine zu vielen Gegner oder so. Nö, nö. Nö, nö. Als ob die alle noch hier sind. Willst du mich verarschen? Dein Ernst? Oh, Mann. Dann bin ich überhaupt. Ich bin Luigi. Ja, moin. Ja, hat's ja voll gebracht jetzt. Geiles Level. Für Multiplayer. Was ist denn hier los, ey? Was sind die alle? Jawohl. Hallo. Hä? Der geht da nicht rein? Was war das denn? Warum geht der da nicht rein? Alles klar. Was für Geheneinander? Das war Kacke. Das war nicht für Geheneinander, Alter. Nö. Nö. Minus 20. Was für Gönnungslos. Okay, einen Versuch machen wir noch, Leute. Eine Runde geht noch. Einer geht noch. Einer geht noch rein. Eine Runde geht noch. Wer ist bereit, Leute? Schreibt es einmal kurz in den Chat. Können Rang D und B zusammenspielen? In der Theorie, ja, aber ist nicht so wahrscheinlich. Ist nicht so wahrscheinlich. Oh, belastend. Ready, wait. Der Aerole gönnt keinen Sieg. Oh, ihr habt es mir super leid. Tja. Du bist auch bereit? Nice, ready. Wunderbar. Wir gönnen uns schon mal, Leute. Seid ihr bereit? Los geht's. Bam. Bam. Okay. Letzte Runde für heute. Für den heutigen Stream. Da haben wir gleich 0 Uhr, Leute. Gegner gefunden. Und wir haben mal wieder keinen. Was ist denn das, ey? Auch kein Glück hier, Leute, leider. Selbst um 0 Uhr finden wir leider nicht in eine Lobby. Das ist ein bisschen schade. Ich habe Neo bei mir. Läuft bei euch. Läuft bei euch. Nein, ich habe leider gar keinen, glaube ich. Das dauert ein bisschen lang, ja. Oh, oh. Oh, Gott. Oh. Sehr multiplayer-tauglich. Komm, macht euren Scheiß. Komm, haut ab. Ja, jo. Die Dad macht einen Abflug. Hau rein, Toadie. Richtig geil. Ja, was ist das denn? Ja. Dolmutter-Beschiss. Erst ist der Koopa weg. Da kommen die Stachigsten da ran. Ja, natürlich. Mhm. Jo. Jo. Ije. Jo, hau rein, Toadette. War schön mit dir. Ja, richtig geil. Immerhin sind die Stachis weg. Immerhin. Also, bis sie sind die Waren. Weiter weg. Puh. Jo. Was ist das denn hier für ein Saftel an? Muss los. Da unten ist Mario. So. Vielleicht bekomme ich den noch. Wo muss ich hin? Hm. Da ist jemand gegangen. Wunderbar. Ja, und jetzt? Was ist das denn hier? Das ist ein Key. Wenn der nicht springt. Den Input nicht gewertet. Kein Chatbot, ne? Ja, natürlich. Natürlich. Als ob die alle... Wo ist Toadette? Ah, die sind alle hier. Ja, lol. Ja, lol. Haben noch Chancen, Leute. Kaum zu glauben. Wir haben noch Chancen hier. Ja, geil. Läuft da richtig hart. Ich spiele ein bisschen Saver, Leute. Oh, bei diesen Legs, ey. Nicht so ganz so leicht. Ich gehe jetzt mal hier lang. Oh. Ja, moin. Ich nehme mal mit. Ob das was wird hier? Wo bin ich jetzt? Ah, ja. Es war so klar. Es war so klar. Räum mir den Weg auf. Aber nicht bitte mich. Oh. Oh. Oh, dein Ernst? Wo sind die alle? Die sind alle unten. Meine Chance, Leute. Ich gehe da hoch. Oh. Ganz schnell. Komm, 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 komm. Yeah. Ja, Mann. Geil. Noch ein Sieg zum Ende. Super. Bam. Bam, bam, bam. Ja, es war okay. Ja, ja. Es war. Es war okay. Ja, es war okay. Ich würde sagen, das war's für heute. Das war's für heute, würde ich sagen, war cool. Haben wir sehr viel Spaß gemacht wieder. Dankeschön für eure Level. Dankeschön an Marista für Mitgliedschaft und zwei Euro. Und an Dankeschön an Lemoires für die Mitgliedschaft. Ciao, drei Leute. War toll. Wir sehen uns demnächst wieder. In einem neuen Stream, Leute. Gute Nacht, schlaf schön und bleibt sicher vor Betrug im Online-Modus, ne? Ihr wisst Bescheid, ne? Ja, ja, ja. Gute Nacht, Leute. Drei Stunden gestreamt. Das reicht für heute, würde ich sagen. Ja. Wird ein Sieg beendet. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Gut, Leute. Hau rein. Bis demnächst. Tschüss. Tschüss.